Joachim Fernau Cäsar lässt grüßen Die Geschichte der Römer Ein Langen-Müller-Hörbuch gesprochen von Philipp Kreiselmayr Im zehnten Kapitel tritt die berühmteste Gestalt der ganzen römischen Geschichte auf, und wir heften uns ihr dicht an die Fersen, außer wenn es schießt, um zu sehen, wie man es macht, Herr eines Weltreichs zu werden. Drei Männer waren in den nächsten 20 Jahren die Hauptdarsteller der römischen Geschichte. Zwei sind uns bereits begegnet, Crassus, der Dicke, und Pompeius, jener aus Spanien heimkehrende junge General, der in der Toskana die Reste der Sklaven vernichtet hatte. Gnaeus Pompeius, damals 35 Jahre alt, war Offizier unter Sulla gewesen, weshalb er in der Hälfte aller Geschichtsbücher als hochadlig bezeichnet wird, was nicht stimmt. Das Geschlecht der Pompeier war seit eh und je plebeisch. Gnaeus hatte nicht die bescheidenste Ämterlaufbahn hinter sich und war doch, als Liebling Roms, schon General mit ungewöhnlichen Vollmachten. Er hatte in Spanien den Aufstand des Sertorius, König, mit Glück niedergerungen und mit ebensolchem Glück die letzten Spartakus-Kämpfer abgefangen. Als er in Rom einzog, feierte man nicht Crassus, sondern ihn als Sieger über die Sklaven. Ein Sonntagskind, wie es scheint. Er war ein guter Stratege, gebildet, einigermaßen klug, äußerlich das Gegenteil eines harten Soldaten, mit Stupsnase und weichen, fast fraulichen Zügen und vielleicht deshalb, so heißt es jedenfalls, befangen im Umgang mit Menschen. Mommsen nennt ihn einen nachgemachten großen Mann, womit man nicht viel anfangen kann. Aufschlussreich erscheint mir, dass er für einen Römer ungewöhnlich verkomplext war und dieses Leiden mit geheimen, in höchste Höhen zielenden Plänen kompensierte. Der Dritte war einer jener jungen Männer, die auf der Stadtmauer gestanden und zugesehen hatten, wie Spartakus an Rom vorbeizog. Er zählte 28 Lenze, hatte den Militärdienst hinter sich und war gerade in das Kollegium der Pontifices gewählt worden, ein frommer, aber nicht ungewöhnlicher Anfang für einen Herrn aus halbpatrizischem, stark angeplepstem Hause. Zur Zeit bedeutete er noch einen Null. Allerdings war seine körperliche Verfassung auch nicht die beste und wer weiß, was aus ihm überhaupt noch einmal werden würde. Er hieß Gaius Julius aus der Linie Cäsar, der Letzte seines Geschlechts. Seine Verwandten Lucius Julius Cäsar und Gaius Julius Cäsar Strabo, der Dichter, waren von Marius umgebracht worden, ungeachtet der Tatsache, dass seine Tante Julia die Frau eben dieses Marius war. Jene Jahre hatten um ihn herum gehörig aufgeräumt. 87 fielen Lucius und Strabo dem Mörder zum Opfer, 85 starb sein Vater, im gleichen Jahr endete Marius, sein Onkel, und 84 wurde Zinner erschlagen. Sie werden fragen, was dieser fürchterliche Zinner mit Gaius Julius Cäsar zu tun hat. Eine nicht nur naheliegende, sondern auch ziemlich delikate Frage. Durch Tante Julia war Gaius Julius in den Kreis von Marius und Zinner geraten, die den unreifen Burschen, ja, nennen wir es mal so, brennend Interessierten. Wir werden später sehen, in welchen Punkte. Er war so stark interessiert, dass er nichts dabei fand, Zinners Tochter in einem Moment zu heiraten, 84, als sich Zinner bereits als der halbverrückte Terrorist entpuppt hatte. Gaius Julius war damals 16 Jahre alt gewesen. Eine beachtliche Ausgangsposition für einen späteren Cäsar, nicht wahr? Er würde ihnen geantwortet haben, durchaus nicht, und ich antworte ihnen dasselbe. Dazu wird noch manches zu sagen sein, was bisher keine Generation so gut nachfühlen konnte, wie unsere Gegenwart. Die Verhältnisse in Rom, und Rom bedeutete das Reich, waren vor dem Jahre 70 so, wie sie nach all den Ereignissen nicht anders sein konnten, nämlich wirr und vergiftet. Der Mitridatische Krieg, immer noch nicht abgeschlossen, dann der Spanienfeldzug gegen Sartorius, König, der Sklavenkrieg, die Aufstände an allen Ecken und Enden des Imperiums, die absolute Beherrschung des Mittelmeeres durch die Seeräuber, die Verknappung der Importe, die ständige Verteuerung, der hemmungslose Wuche der Äquites, vor allem der Steuerpächter, die Machenschaften des Abenteurers Katilina, auch für ihn interessierte Julius Cäsar sich eine Zeit lang sehr, die Monsterprozesse des damaligen Konsuls Cicero gegen den Blutsauger Verres von Sizilien, die verschlafene Unfähigkeit des Senats, das resignierte, sich zurückziehende Patrizier, von denen man kaum noch etwas hört, die Auferstehung der Volkstribunen, die neue Überflutung durch Proletarier, die Verarmung der Provinzbauern – was soll man da erwarten? Die Ordnung, die Verantwortung, die Rechtssicherheit der solanischen Verfassung waren längst dahin. Die Bevorzugung der Optimaten aber lebte noch, obwohl sie nichts mehr leisteten, und brachte die ganze, einst sinnvolle und rettende Verfassung als reaktionär in Misskredit. Die Plebs hatte Recht. Sie hatte Recht, auch wenn sie gewiss nicht imstande war, es besser zu machen. Sulla hatte es schon ausgesprochen, der Volkskörper war bereits krank. Was ich klarstellen möchte, wobei ich zum ersten und letzten Mal die Ausdrücke rechts und links benutze, ist, was rechts war, hat er in den Augen des einfachen Mannes abgewirtschaftet. Noch schlimmer bei den Proletariern, rechts war des Teufels. Es ist eine Eigentümlichkeit der Linken, ihre Ideen stets streng von Personen und deren Unzulänglichkeiten zu trennen. Auch die katholische Kirche als Ideologie verwahrt sich ja energisch gegen ihre Verantwortlichkeit für eine Gestalt wie Alexander VI. oder Torquemada. Rechts dagegen ist nicht im Besitz dieser Annehmlichkeit. Rechts wird angeblich immer verkörpert durch. Nun ist das tatsächlich nicht so gänzlich falsch. Rechts hat nicht ein so evidentes Programm wie links. Was hätte Sulla schon groß verkünden können? Rechtssicherheit, Ordnungsprinzip, Qualität vor Quantität, Erfahrung vor Jugend, Schamhaftigkeit vor Zügellosigkeit, Leistung vor Anspruch. Das sind alles keine zündenden Blitze. Das muss tatsächlich verkörpert werden. Und wenn jemand kommt, es verkörpert und durchsetzt, was hat er dann schon geboten? Dann ist es sofort weiter nichts mehr als die famose, sichere Basis für einen Fortschritt, der nun unbedingt in die Wege geleitet werden muss, weil ein Zustand ohne Veränderung unweigerlich ein Rückschritt ist. Verändern aber ist nun mal die Domäne der Linken. Solange Adam und Eva ihren Zustand für akzeptabel hielten und konservierten, waren sie rechts. Als sie ihre Ansicht änderten, waren sie links. Der Erfolg ist bekannt. Im Herbst 71, als es zur Wahl der Konsulen für das nächste Jahr kam, bewies rechts eine Ahnungslosigkeit und Dummheit, die sich sofort rechten. Pompeius und Crassus wünschten sich vom Weihnachtsmann für ihre Verdienste das Konsulat und fanden dafür bei rechts nur basses Erstaunen. Wo war die Amtslaufbahn, die sie hätten vorweisen können? Warum wollten sie übrigens durchaus Konsulen werden? Beide Fälle sind klar. Crassus wollte es aus demselben Grunde werden, aus dem sich auch heute finanziell kräftige Kohlenhändler und illustrierten Verleger den Titel kaufen, wenn auch nicht von Rom, dann wenigstens von Guatemala oder Hindustan. Bei seinem Gelde wollte Crassus sich das gönnen. Pompeius dagegen strebte wirklich nach Macht. Das Konsulat sollte nur das Trampolin für ganz andere Ziele sein. Er hat es nie ausgesprochen, aber der Preis, den er für das Konsulat zu zahlen bereit war, beweist es. Kein Geldpreis, sondern etwas viel schwerer Wiegendes, viel gravierenderes, seine politische Anschauung. Als er sah, dass die Optimaten, Patricia und Ritter, ihn ablehnten, schlich er sich in die Volksversammlungen, machte sich an die Tribunen heran und verkaufte sich mit Haut und Haaren für dreißig Silberlinge. Crassus eilte ihm, als er das Manöver sah, sofort hinterher. Die beiden politischen Kümmelblättler versprachen der Plebs, die Beseitigung der gesamten Solanischen Verfassung und die Wiederherstellung der alten Macht der Volkstribunen. Na, mehr kann man nicht bieten, nicht wahr? Freudig gingen die Komizien auf den Handel ein und stiegen sogleich auf die akustischen Barrikaden. Gnaeus Pompeius und Licinius Crassus wurden auf Druck der Plebs Konsulen. Ehrenmänner halten Wort. Nach einem Jahr war von der Solanischen Verfassung nichts mehr übrig. Damit jeder sah, dass Sulla der Vergangenheit angehörte, schreibt ein moderner Historiker befriedigt. Hinfort war es wieder möglich, das Volkstribunat zu einem eigenen Aktionszentrum zu machen. Der Weg war wieder frei für Agitation und Entfesselung der Massenleidenschaft. Mit großem Interesse hatte Gaius Julius diesen Salto Mortale beobachtet. Er war der Erste, der den Herrn gratulierte. Wahrscheinlich zum Mortale. Etwas unheimlich, dieser junge Mann von dreißig Jahren, der soeben Senator geworden war. Schmaler, knochiger Kopf, schütteres Haar, ironischer Mund, verhangene Augen, hohe Stimme, leise Sprache. Wenn überhaupt. Er konnte so geschickt schweigen, wie reden oder schreiben. Unterschätzen Sie sein Bellum Gallicum nicht, dass er 20 Jahre später schrieb. Das ist kein Adenauer-Deutsch, das ist Luther-Deutsch. Berechnung vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Quartaner Latein, einfache Sätze, alltägliche Vokabeln, klarer Inhalt. Ein Meisterwerk an kunstvoller Kunstlosigkeit. Aber das liegt erst in einer Zeit, als er begriffen werden wollte. Im Augenblick legte er noch keinen Wert darauf. Er wollte nicht als Dreijähriger ins Derby gehen, sondern als Fünfjähriger, die bekanntlich ein höheres Stehvermögen haben. Infolgedessen trat er, als Pompejus und Crassus an die Staatsführung kamen, keineswegs ins Rampenlicht. Treu und brav ging er 68 als Quästor nach Spanien und übernahm 65 ebenso geduldig das Amt eines Ädilen. Das war nicht gerade erschütternd. Pompejus hatte sich zum Beispiel nie mit solchen Fingerübungen abgegeben. Als Ädil hatte Gaius Julius die Ordnungs- und Marktpolizei unter sich und war gleichzeitig Zirkusdirektor. Das ist natürlich unhöflich ausgedrückt, aber er selbst hätte es sicher so genannt. Dennoch muss man diese Zeit im Amt für öffentliche Vergnügungen aus einem interessanten Grunde erwähnen. Er veranstaltete ungewöhnlich viele und ungewöhnlich prächtige Spiele, ohne zum Staunen des Senats besonders tief in die Staatskasse greifen zu müssen. Nicht etwa, dass die Julia reich gewesen wären, nein, diese Spiele, die seinen Namen besonders beim Pöbel so ungemein beliebt machten, bezahlte in Wahrheit sein Freund Crassus, bei dem er so verschuldet war, dass man ihn dort schon fast als stillen Teilhaber der Familie behandeln musste. Pompejus' Stern stieg indessen immer höher, mit Recht übrigens, wie eine Bewährungsprobe zeigte, die nicht von Pappe war. Die Seeräuber hatten sich zu einer Geißel ausgewachsen, die die wirtschaftliche Existenz Roms jetzt ernsthaft gefährdete. Truppentransporte auf Kriegsschiffen waren die einzigen, die das Mittelmeer noch sicher befahren konnten. Handelsschiffe wagten kaum noch auszulaufen. Der Kleinkrieg gegen die Räuber war gescheitert. Man sah ein, dass eine Generalreinigung des Mare Nostrum kommen musste. Ein ausgewachsener, wahrscheinlich jahrelanger Krieg, denn die Piraten saßen überall an den Hunderten von Kilometerlangen Küsten Kleinasiens, Mazedoniens, Kretas und Siziliens. Von Pompejus selbst ging der Vorschlag aus, einen Oberbefehlshaber mit diktatorischer Gewalt für das Mittelmeer zu ernennen, und jedermann wusste natürlich, wen er meinte. Er sprach es nicht aus. Das taten die Tribunen. Es eilte. Der Senat stimmte über die Ernennung von Pompejus ab. Er fiel durch mit allen Stimmen außer einer, Cäsars. Das war wieder einmal ein hübscher und im Übrigen todsicherer Eklat. Die Volksversammlung hob den Beschluss des Senats auf und wählte Pompejus. Mit Recht. Cäsar war der Erste, der der Plebs zu diesem Urteil gratulierte. Schon sanken die Kornpreise. Ein schwieriger Krieg. In vierzig Tagen säuberte Pompejus, nachdem er Gibraltar zugemacht hatte, den Westteil und in abermals anderthalb Monaten, nachdem er die Dardanellen verstopft hatte, den Ostteil des Mittelmeeres. Den Hauptschlag führte er in Zilizien, gegenüber Zypern. Wer ihm an Land in die Hände fiel, wurde begnadigt, mitgenommen und in Achaia und Süditalien angesiedelt. Ein Großmut, den die Piraten wirklich nicht hatten erwarten können. Den glanzvollen Einzug in Rom kann man sich vorstellen. Gaius Julius war einer der Ersten, die gratulierten. Dass Pompejus sofort anschließend den Auftrag bekam, nun auch mit Mitridates endgültig Schluss zu machen, war nur logisch. Ja, der alte Pontuskönig lebte immer noch. Von Sulla geschlagen, von Lucullus geschlagen, alle fünf Minuten geschlagen, stand er immer wieder auf, sobald die Luft rein war. Wenn er das fertig brachte, kann man unschwer darauf schließen, dass die Römer in Kleinasien als Befreier herzlich verhasst waren. Da der alte Herr seine Gepflogenheit, die römischen Siedler zu Köpfen, auch als fast 70-Jähriger nicht aufgab, wollte Rom nicht auf die biologische Lösung warten. Ein begehrtes Kommando. Einst Sulla, dann der nicht weniger populäre Lucullus, jetzt Pompejus. In einem Jahr erledigte er auch diese Aufgabe. Er schlug Mitridates und hatte dann das Glück, dass der alte sich das Leben nahm, was er bisher noch nie getan hatte. Ehe Pompejus heimkehren konnte, wurde er noch nach Palästina als Schlichter gerufen. Zwei Brüder aus der regierenden Priesterdynastie der Makabäer zankten sich um die Macht. Pompejus schlichtete, interessanterweise hier im ganz konservativen Sinne, und schnitt zugleich ein Stück Judäa ab. Für Rom. Dann machte er auf einer der schönen Sonneninseln ein bisschen Ferien, ordnete von dort aus sehr richtig, aber leider etwas selbstherrlich, den gesamten römischen Orient neu, in Provinzen und Schutzstaaten, was der Senat nicht nur mit Unmut, sondern vielmehr mit Angst zur Kenntnis nahm. Die Herren verkannten den preußischen Beamteneifer des Pompejus und deuteten ihn als Vorankündigung einer Alleinherrschaft. Als der siegreiche Feldherr mit seinem riesigen Heer und der großen Flotte im Jahre 62 auf dem Heimweg war, bekam man im Rom der oberen Kreise das große Zittern. Sogar Freund Krasus begab sich vorsichtshalber ohne Hinterlassung einer Adresse aufs Land. Ein geradezu komischer Irrtum, fast ein Witz. Er zeigt, dass man Pompejus in seinen Zielen durchaus richtig einschätzte, dass man ihn in seinem Charakter aber total verkannte. Er bewies es sogleich. Er landete in Brundisium und dann... Dann entließ er sein Heer bis auf den letzten Mann. Ich sage, sein Heer, denn es wäre ihm durch dick und dünn gefolgt. Die vielen Tausende gaben ihre Musketen ab und gingen nach Hause. Von einem Tag auf den anderen war Pompejus Rentner. Er war überzeugt, nun auf legalem Wege den Lohn zu ernten und der mächtigste Mann des Römischen Reiches zu werden. Dies entsprach seiner Mentalität. Er war eben doch ein schlechter Verräter seiner Weltanschauung gewesen. Außerdem war er als Psychologe ein Idiot. Was erwartete er eigentlich von der Senatspartei, die er mit den Komitien überfahren, und was von den Patriziern, denen er die solanische Ordnung zerrissen, vor die Füße geworfen hatte? Wirklich seltsam. Die Senatoren belehrten ihn, indem sie alle Anordnungen im Orient sofort annullierten. An ein neues Konsulat war offensichtlich nicht zu denken. Auf die Bewilligung seines Triumphzuges ließen sie ihn ein geschlagenes Jahr warten. Das Heer entlassen. Gaius Julius schüttelte zuerst den Kopf und anschließend dem Pompejus die Hand. Es war ein ehrlicher Dank für die Lehren, die Pompejus ihm mit seinem Leben erteilt hatte. Die Belehrung war nun vollständig. Er wusste jetzt alles, was es zu wissen gab. Beachtenswert ist, dass Gaius Julius dem Pompejus real für seine Laufbahn wenig oder nichts verdankte. Der große Feldherr, sowieso fast immer unterwegs, hatte sich um den Julia gar nicht gekümmert. Warum sollte er ihn auch beachten? Cäsars Rückhalt lag bei den Tribunen. Auch die Optimaten waren nicht ausgesprochen feindlich gegen ihn. Privat verkehrte er mit vielen, denn seine Familie galt als nobel, wenn sie auch bei weitem nicht so gut war, wie er es später wahrhaben wollte. Sein Vaterhaus stand im Subura-Viertel, einem kleinen Leutebezirk. Seine Abstammung von Aeneas ist natürlich Unsinn. Aber auch in dem ersten Jahrhundert der Republik war das Stammbäumchen noch weit und breit nicht zu sehen. Die heutigen Geschichtsschreiber tragen dazu bei, die Begriffe Aristokratie, Patriziat und Ritterschaft endgültig zu verwischen. Pompejus wird von höchstem Adel, die Grachen werden Aristokraten und Oktavian, der spätere Augustus, ist aus alter Familie. Oktavians Großvater, ein wohlhabender Provinzler, war überhaupt der Erste, von dem die Geschichte etwas weiß, vor ihm nur leere Blätter. Um klarzustellen, wie die Verhältnisse wirklich lagen. Ursprünglich gab es nur die Zweiteilung Patres, Väter, Oberhäupter, Fürsorger und Plebs, Pleo, Plenus, vollmassig Menge. Die Bildung des Patriziats begann unter den frühen Königen, Gründungsuradel wie etwa die Fabia, der Konktator, die Valeria, Solars Frau, oder die Quinkzier, Zincinnatus. Es setzte sich fort als Landbesitz und Schwertadel, etwa der Cornelia, Solars Zipio, der Furia, Camillus, der Claudia, Appius, der Manlia, Manlius, der das Kapitol gegen Brennus hielt, der Marzia, Coriolan, falls er historisch ist, oder der Servilier. Abgeschlossen war die Bildung dieses Standes bestimmt um 338, als Natium römisch wurde und die Aufnahme nachbarlichen Adels aufhörte. Danach stiegen aus der Plebs zwei Gruppen auf, jene Familien, die sehr häufig hohe Ämter, kurulische, gleich kuria, bekleideten und sich als eine Art Beamten-Neuadel fühlten und auch von unseren Schreibern jetzt diensteifrig als Adel bezeichnet werden, sowie die Äquites, eine Schicht wohlhabender Plebeier, die einst das Vorrecht, in Wahrheit die Pflicht gehabt hatten, beim Militärdienst ein Pferd, Äquus, zu stellen. Sie fühlten sich sehr bald als Geldadel, zog so ein Äquist durch Wahl in den Senat ein, so stieg er in seiner Vorstellung postwendend in die Beamten-Nobilität auf. Er fühlte sich umso mehr dazu berechtigt, als in der neue Senatorenstuhl sein bisheriges Privileg kostete, Handel und Spekulation zu treiben. Senatoren durften nur im Grundbesitz ihr Geld anlegen. Unser Iquist-Senator spekulierte nun nicht mehr selbst, sondern über seinen Neffen, versteht sich. Inzwischen war längst die eine Schicht so viel wert wie die andere, nämlich im Prinzip gar nichts. Vielleicht machte der Uradel noch eine Ausnahme. Es ist so erfreulich, dass man fast nichts mehr von ihm hört. Er bewirtschaftete seine Güter, schimpfte vor sich hin, trank abends sein Viertelchen Chianti und starb von Zeit zu Zeit den Heldentod. Alle diese Gruppen waren »in«, wie man heute, wenn man auf der Höhe ist, sagt. Auch Gaius Julius war »in«, schon begann er langsam ein »big« zu werden. Entschuldigen Sie, falls ich diese schicken modernen Worte etwas unkorrekt verwende, ich bin nicht »in«. Cäsar, eigentlich sollte man ihn vorläufig, zwecks Gefühlsentfremdung, noch nicht so nennen, Gaius Julius also, war »65« Edil gewesen, »63« wurde er »Pontifex Maximus«, was damals natürlich nicht Papst war, sondern eine Kombination aus »Präsident« des Kirchenrats und »Kultusminister«. Und dann »62« hatte er das hohe Amt eines Prätors von Rom erreicht, ausgerechnet in dem Moment, als der Skandal mit Kathelina ans Licht kam. Gaius Julius verhielt sich still, ließ Cicero, der die Mordverschwörung aufgedeckt hatte, seine Reden halten, Latein, Oberstufe, und drehte Daumen. Cicero, ich lese zu meinem Staunen gerade, dass auch er wieder adlig war, hatte als Rechtsanwalt und brillanter Redner seinen Weg gemacht, war Senator und schließlich »63« Konsul geworden. Er gebärdete sich kolossal konservativ, was er wirklich war, und kolossal aristokratisch, was er nicht war. Er war nobel genug, Kathelina den Wink zu geben, aus Rom zu verschwinden, ehe er ihn dann aber, wegen Mordversuchs an den Konsulen und Hochverrats, zum Tode verurteilen ließ. Hier hörte Senator Gaius Julius mit dem Daumendrehen auf, hob die Hand und stimmte dagegen. Er war für lebenslänglich. Eine besondere Begründung hatte er nicht, er meinte nur, wer römischer Bürger sei, sei a priori etwas so Besonderes in der Welt, dass er niemals zum Tode verurteilt werden dürfe. Reiner Quatsch, aber beim Volke ungeheuer eindrucksvoll. Kathelina wurde später bei Pistoia erwischt und fiel im Kampf. Im Jahre 61 ging Gaius Julius als Proprätor, Stadthalter, nach Spanien. Er verwaltete das Land gut, protegierte die Steuerpächter des Crassus und sorgte auch für sich. 60 war er wieder in Rom und stellte fest, dass sich inzwischen nichts Neues ereignet hatte. Pompejus saß immer noch grollend in der Ecke, Crassus zerriß vor seinen Augen wie Fugger vor Maximilian, die Schuldscheine Cäsars, und das ganze Rom war abermals um einen Grad zielloser und korrupter geworden. Die Raffsucht beherrschte alle Schichten, bis hinunter zu den Proletariern, die mit derselben Gleichgültigkeit wie die anderen Stände auf ihre begrenzte Weise, aber ebenso aufreizend, Volksgut und Lebensmittel vergeudeten und verkommen ließen. Die Quartiere des Proletariats sahen wie Mülleimer aus. Allein schon der Anblick schürte den Hass gegen die Hauseigentümer. Doch die Eigentümer standen hilflos vor der Frage, wie man ganze Straßenzüge mit 10.000 Männern, Frauen und Kindern evakuieren könnte, um die Häuser zu erneuern. Die Volkstribunen sprachen nicht von diesen Problemen und nicht von der Plage des stadtfremden Gesindels. Sie sprachen nur von Arm und Reich, von Establishment, vom Sturz der Gesellschaft, von der Macht dem Volke und von Anders. Die Besten der Römer lebten schon gar nicht mehr in Rom. Sie hatten die Stadt verlassen und besaßen kein Gewicht und keinen Einfluss mehr. Der Einzige, der auf Seiten der Konservativen im Senat noch herumtobte und auf den Tisch schlug, war Cato Minor, der Urenkel des alten Ceterum Censio Carthaginem Esse Delendam. Die Übrigen hörten so wenig nach rechts und nach links, wie eine Mutter den Krach von zehn Kindern wahrnimmt, während sie kocht. Und kochen taten sie in Rom alle, die einen ihr Süppchen, die anderen vor Wut. In dieser Situation ging Gaius Julius zu Pompejus und anschließend zu Crassus und machte ihnen einen Vorschlag, den unsere höhere Schuljugend heute noch mit Namen und Jahreszahl auswendig lernen muss, obwohl es schade um diese Mühe ist. Die drei schlossen im Jahre 60 das erste Triumvirat, Drei-Männer-Bündnis. Die Idee kam von Gaius Julius und war seiner würdig. Das Triumvirat hatte, da keiner der drei im Augenblick eine Machtposition besaß, nicht die geringste juristische Basis. Es hatte nichts außer dem wohlklingenden Namen. Es war weniger als die Blutsbrüderschaft zwischen Old Shatterhand und Winnetou. Sie redeten sich nicht einmal mit »Mein roter Bruder« an. Es war, wie soll man es nennen, ein Investmentunternehmen. Die Formel, auf der es basierte, war von gängiger Gründungsart. Crassus gab das Geld, Pompejus seinen untadeligen Namen und seine Verbindungen, Gaius Julius die Idee. Die Dividenden sollten so aussehen. Crassus wünschte sich, vor den permanent drohenden Anklagen wegen Wuchers und Ausbeutung zu schützen. Pompejus wünschte, seine Neuordnung Kleinasiens wieder eingeführt und seine Veteranen versorgt zu sehen. Um diese beiden Wünsche zu erfüllen, bedurfte es eines Konsuls, der das sofort und rücksichtslos innerhalb eines Amtsjahres durchsetzte. Pompejus war unbeliebt, Crassus, den schon Sulla sich vom Leibe gehalten hatte, roch übelst. Gaius Julius also musste Konsul werden. Mit vereinten Kräften wurde er es. Wir brauchten uns ihm nicht Schritt für Schritt so an die Fersen zu heften, würden wir an ihm nicht mit so einmaliger Genauigkeit das Werden eines Cäsaren verfolgen können, eines Diktators in einer Zeit, wo man bereit war, einen Diktator zu steinigen. Hier sehen wir einen Mann, sozusagen bei Nacht und Nebel, ohne seine weltanschauliche Laterne angezündet zu haben, über ein schwieriges Gebirge klettern. Sie verstehen mich nicht? Dann will ich den gleichen Satz leicht verändert wiederholen. Hier sehen Sie einen maskierten, sozusagen bei Nacht und Nebel, ohne seine weltanschauliche Laterne angezündet zu haben, über das schwierige Volksgebirge auf dem einzigen nicht verfemten Wege klettern. Haben Sie es nicht gewusst? Wir werden es bald ganz deutlich sehen. In Rom war man in seinen linken Kreisen ahnungslos. Auch die Gegenseite fürchtete ihn nur als Aufweicher und Pöbelfreund. Der fähigste Kopf der Konservativen, Cato Minor, auch er wehrte sich nur aus diesem Grunde mit Händen und Füßen gegen die Kandidatur des Gaius Julius. Er näherte sich sogar Pompejus als Gentleman mit offenen Worten, um ihn als Kandidaten gegen Gaius Julius zu gewinnen. Aber Pompejus fühlte sich an das Triumvirat gebunden. Außerdem war er noch beleidigt. Und außerdem, und schließlich, war Gaius Julius sein Schwiegervater. Jawohl, Cäsar hatte ihm seine geliebte Tochter gegeben. Gerade eben. Kein schlechter Schachzug. 59 also wurde Gaius Julius Konsul. Die Ausschüttung der Dividende erfolgte auf dem Fuße. Pompejus wurde glänzend rehabilitiert, Kleinasien bekam die Pompejische Verfassung zurück, und die Veteranen erhielten ihre Versorgung und Belohnung. Crassus wurde zum wohlriechenden Ehrenmann erklärt, durchaus würdig demnächst wieder einmal Konsul zu werden, wenn er genug stiftete, und seine liebgewordenen Freimessen an 10.000 Tischen gab. Auch den Tribunen wurde großzügig der Hals gestopft. Dies alles geschah in tumultuarischen Senatssitzungen und unzählige Male ein wenig außerhalb der Legalität, wie man in Bonn zu sagen pflegt. War es denn nun so schön, Konsul zu sein? Nein. Dennoch hätte Gaius Julius für dieses Amt auch einen noch höheren Preis bezahlt, nicht weil er Konsul sein wollte, so seltsam das klingt, sondern weil er Konsul gewesen sein wollte. Genau das war es auch, was Cato Mino hatte verhindern wollen. Er fürchtete nicht nur das Konsulat des Julias, er fürchtete vielmehr das Jahr danach. Er war weitsichtig genug. Was steckt dahinter? Dahinter steckt der im Gesetz verankerte Brauch, einem abtretenden Konsul eine Provinz mit prokonsularischer Gewalt für ein Jahr zuzuweisen. Sulla hatte das italische Kernland zur Verhinderung von Militärputschen entmilitarisiert, die Heeresgruppen alle auf die Randprovinzen verteilt und damit dem Zugriff der regierenden Konsulen oder Volkstribunen entzogen. Was sehr weise und sauber war. Seit Sulla bekam also niemand mehr, der in Rom war, Militär in die Hand. Außer Polizei und ein paar Rekruten, versteht sich. Cato Mino sah nur zu deutlich, dass alle Vorbereitungen des Julias darauf abgezielt hatten, nach seinem Konsulat als Prokonsul in irgendeiner Randprovinz die dort stehenden Legionen, 50.000, 100.000 Mann oder mehr, in die Hand zu bekommen. Das war es, was ihm den Schweiß schon auf die Stirn trieb, als die Establishment-Kollegen immer noch nichts außer ihrem Stuhl und ihrem abendlichen Kassensturz sehen wollten. Aber es kam noch dicker, als Cato Mino gefürchtet hatte. Die Volksversammlung beschloss ein Extra-Gesetz, wonach Gaius Julius nicht nur eine Provinz, sondern drei erhielt, und auch nicht für ein Jahr, sondern für fünf. Der Senat hatte ihm Illyricum, Dalmatien zugedacht, wirklich ein kantentrockenes Brot mit dem Meer zwischen ihm und Rom. Die Volksversammlung, nach langer Bearbeitung durch Pompejus, verlieh ihm Oberitalien, Gallia Cisalpina, und Südfrankreich, Gallia Narbonensis, dazu. An diesen Beschlüssen, auch wenn sie zehnmal »Gesetz« genannt wurden, war so gut wie alles verfassungswidrig. Der Senat duckte sich. Nur Cato Mino war dem Herzinfarkt nahe, als er hörte, dass Gaius Julius sich auch noch seine Offiziere selbst aussuchen und ernennen konnte. Er hatte richtig gehört. Fast könnte man sagen, es stimmte, was der Senat am nächsten Morgen in der Zeitung las. Tatsächlich, Cäsar gab als erster die Akta di Jurnah heraus, Sitzungsberichte und Tagesnachrichten, die er vervielfältigen und aushängen ließ. Derartig hatte man seit Marius und Zinner die Regierung nicht mehr überfahren. War es wenigstens ein Trost, dass Gaius Julius nach einem Jahr nicht schon wieder in Rom auftauchen konnte? Prokonsulen und ihre Truppen durften laut Verfassung die Grenzen ihrer Provinz auch nicht mit einem Fuß überschreiten oder verlassen. Der Senat hielt es für einen Trost. Er übersah, dass Gaius Julius keine Eile hatte. In fünf Jahren würde er ganz Gallien erobern und der Unersetzliche der Vater seiner Soldaten werden. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, es war nur nötig zu siegen und das sollte sich zeigen. Er verließ Rom, nachdem er der Stadt noch ein fürchterliches Kuckucksei ins Nest gelegt hatte. Durch seine Protektion wurde ein gewisser Clodius Volkstribun. Bis heute rätselt man herum, ob Gaius Julius sich über diesen Mann im Klaren war oder nicht. Clodius war ein Anarchist reinsten Wassers. Nach Cäsars Abreise ließ er in Rom den Teufel los. Als Volkstribun unantastbar versorgte er seine Bande mit schweren Waffen und dann ging es los. Zu keiner Stunde konnte man mehr die Straßen betreten, ohne zu horchen, ob sich aus irgendeiner Richtung die Bande näherte. Man hörte sie wie eine Brandung schon von fern, denn Clodius und Genossen befanden sich in einer Verfassung von permanentem Hai. Der unantastbare Volkstribun steigerte sich immer mehr in zügellose Raserei, vergaß schließlich auch das Triumvirat, dessen Protektion er seine Wahl verdankte, und zog eines Tages vor die Stadtvilla des Pompejus, um sie zu stürmen. Leider tat er es dann doch nicht, womit Pompejus eine heilsame Lehre erspart blieb. Wer oder was den Irrsinnigen davon abhielt, weiß man nicht. Jedenfalls ich weiß es nicht, ich habe es nirgends gefunden. Vielleicht Pompejus selbst, der ein mutiger Mann war. Die Tage von Marius und Zinner waren wieder da. Wahlen fanden nicht mehr statt. Die Kuria ging in Flammen auf. Reichstagsbrand. Es bildeten sich Gegenbanden, Blutfehdegruppen, Selbsthilfechors und Kukluxklaner. Alles warf mit Steinen, dolchte, zündelte, schlug nieder, brach ein, bei hoch und niedrig, oben und unten, rechts und links. Nicht nur die Senatoren zitterten, auch die Schneidermeister zitterten. Und Polizisten waren vogelfrei. Meine Herren, wem sage ich das? Ich führe es eigentlich auch nur an, weil es ja immerhin möglich ist, dass einmal eine Zeit kommt, die diese Dinge nicht mehr von Augenschein kennt. Was die Terroristen nicht bedachten war, dass einem sehr großen Teil der Plebs ein Licht aufging. Sie arbeiteten unbeabsichtigt einem kommenden starken Mann in die Hand. Gaius Julius äußerte sich nicht ein einziges Mal zu den Zuständen in Rom. Ob er imstande gewesen wäre, Clodius abzuwinken, ist natürlich ungeklärt. Schließlich regelte sich dieses Problem auf biologischem Wege. Clodius wurde in einer Straßenschlacht erschlagen und die Epidemie ließ etwas nach. Im Jahre 55 gab es schon wieder Konsulen und siehe da, sie hießen Pompeius und Crassus. Dass Gaius Julius hier gewinkt hatte, das ist geklärt. Die drei hatten sich zuvor in Lucca getroffen. Gaius Julius hatte gerade die Tour de France hinter sich. Die Jebus om nino duo de viginti trans renum consumptis satis et ad laudem et ad utilitatem profectum. Damals in Quarta stolperte ich über keine Vokabel. Heute stolpere ich über die Stelle zur Ehre des römischen Volkes. Für den ganzen Krieg, der ein giftiger, rein imperialistischer Raubzug der bösen Wölfeln war, gab es keinen ernstzunehmenden Anlass. Die Gallier lebten einigermaßen in Frieden und wenn sie es nicht taten, weil sie keine Engel waren, so blieben es kurze Stammesfäden, oft hart, aber immer räumlich begrenzt. Die Gallier waren vom Schlage der heutigen Iren, das heißt Kelten, große Kerle, jähzornig, im Grunde gutmütig, ein bisschen skurril, eigensinnig, sehr tapfer, ehrfürchtig, zum Feudalismus erzogen und auch neigend. Sie hielten die Römer, die sie als südfranzösische Besatzung kannten, für die Heuschreckenplage der Welt, die Generäle für bewaffnete Bankiers, Italien keineswegs für God's Own Country, sondern für eine Räuberhöhle und Rom mit seiner angeblichen Million Menschen für eine Erfindung. Für God's Own Country hielten sie ihr eigenes, das von den Pyrenäen bis zur Mosel und zur Seine reichte und in dem auf einen Quadratkilometer drei Menschen, siebzig Stück Wild und fünfhundert Baumriesen mit dreitausend Vögeln kamen. Für bedeutende Ereignisse hielten sie einen Krieg, einen Blitzschlag, ein Druidenopfer, eine Geburt und eine Schweinshaxe. Was sie brauchten, machten sie sich selbst, vom Dienstmädchen-Nachwuchs bis zum Streitroß. Für beider Zucht waren sie berühmt. Sie liebten und ritten gleichermaßen ausdauernd und freihändig und hielten die Römer hier wie da für Plattfüßler. Gaius Julius, sofern sie ihn zu Gesicht bekamen, machte auf sie trotz seiner prächtigen Umgebung keinen allzu großen Eindruck. Wenn sie ihn mit ihren Stammesfürsten verglichen, als reine Plastik sozusagen, so schien er ihnen ein Zwilling, dessen zweiter Teil zur Komplettierung der Portion noch nachzuliefern war. Zwei Juliusse ergaben etwa einen halben Werzingetorix. Den Namen Werzingetorix kannte Gaius Julius, seit er in Südfrankreich war, nur zu gut. Dieser Mensch, Fürst des Arverner Stammes in der heutigen Auvergne, gehörte zu den Unbelehrbaren. Ein Unbelehrbarer ist ein Mann, der nicht einsieht, dass er durch eine Siegermacht von irgendetwas befreit oder vor irgendetwas geschützt werden muss. Gaius Julius hatte in langen Jahren mit großer Mühe und nur undank der Kelten erntend alle Stämme Galliens unter römischen Schutz genommen, indem er nacheinander einen vor dem anderen schützte. Er war auch zweimal auf Brücken, die er kurz schlug und lang besang, über den Rhein gegangen. Er war hinübergegangen, um dem gefürchteten zu jedem Herzog Ariovist, Personalbeschreibung siehe wie bei Werzingetorix, zu sagen, er möge sich ja nicht unterstehen, sich noch einmal in die inneren Angelegenheiten fremder Völker einzumischen. Gaius Julius war sogar zweimal kurz über den Ärmelkanal nach England gefahren, um nachzusehen, ob von dort etwa Gefahr für Rom drohe. Und wie recht hatte er doch, denn kaum betrat er mit einigen Legionen ganz friedlich die Insel, da stellten sich ihm die Briten feindselig entgegen. Er verschob die Beseitigung dieses gefährlichen Nachbarn Roms auf später, da sich inzwischen unter der Führung von Werzingetorix ganz Gallien gegen die römische Schutzherrschaft erhoben hatte. Werzingetorix hatte in der Zwischenzeit eine Leistung vollbracht, wie der unglückliche Schorni-Häuptling Tecumsee, der 1805 die Indianerstämme zum letzten Existenzkampf gegen die Amerikaner vereinte. Der Ausgang ist bekannt. Dass Werzingetorix das gleiche Schicksal wie Tecumsee oder Montezuma erleiden würde, dürfte jedermann, der Gottes Güte kennt, klar sein. Gaius Julius machte also schleunigst kehrt und raste wieder quer durch Belgien und Frankreich zurück. Das ging nun schon seit 58 so, jetzt schrieb man 52 und die Gallier zeigten sich noch immer erschreckend reaktionär. Um die Angelegenheit nun exemplarisch zu erledigen, bekam er seine Stadthalterschaft noch einmal von Rom verlängert. Schon auf der Schulbank habe ich gelernt, dass ich mich darüber wundern soll, es sei dies ein außerordentliches Zugeständnis der Konsulen gewesen. Das ist aber gar nichts gegen meine heutige Verwunderung. Es gab nämlich gar keine Konsulen, seit drei Jahren schon nicht mehr. Während wir mit Gaius Julius in Gallien weilten, sahen sie wahrscheinlich die Stadt Rom in der Ferne in gewisser Feierlichkeit und Besond daliegen. Ein Bild, das sie unbedingt korrigieren müssen. Die Riesenstadt Rom ist ein ewiger Unruheherd, ein permanenter Vulkan, obwohl Clodius tot ist. Niemand weiß genau, warum. Den Bürgern geht es gut, sofern sie sich entschließen, zu arbeiten. Sozialistische Parolen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die Parolen, die jetzt durch die Straßen gällen aus den Kehlen jugendlicher Terroristen, haben nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun, nichts mehr mit dem Leben. Denen, die im Sinne der Republik handeln, ist alles erlaubt. Die Republik will freie Menschen in ihrem Schoß. Sie ist entschlossen, alle anderen auszurotten. Es waren genau diese Leitsätze der Jakobiner, als Droge offenbar uralt. Es gibt in der Geschichte so manche glaubenlose Epoche, die sich im politischen Wahnsinn einen Ersatz für religiösen Wahnsinn schafft. Sie müssen Rom in diesem Augenblick so sehen wie Paris in den schizophrenen Mai-Tagen des Jahres 1968. Mord, Barrikaden, Bandenkämpfe. Wer nach Polizei rief, war rechts. Rechts war Unterdrückung und Terror. Die Terroristen wiederholten es unermüdlich. Es genügten wenige, um den Anschein einer Bewegung zu erwecken. Dass Gaius Julius das alles wusste, ist sicher. Sicher ist auch, dass er es mit Vergnügen konstatierte. Er rührte keine Hand, obwohl sein Arm lang genug gewesen wäre. Er fand, es lief alles sehr gut. Dieses eine Jahr brauchte er noch, um Gallien niederzuwerfen und Vercingetorix zu fangen. Und dann, ja, was dann? Niemand kannte seine Gedanken. Er war mitten im Feldzug, als ihn eine Nachricht erreichte, die ihn erheblich aufregte. Pompeius, 54-jähriger Pensionär, seit Julias Tode vor zwei Jahren Ex-Schwiegersohn und seit Crassus Tode vor einem Jahr Ex-Triumvir, hatte soeben den Hilferuf des Senats angenommen und sich zum Diktator ernennen lassen. Natürlich durfte man das Wort Diktator in diesen Zeiten nicht in den Mund nehmen. Man nannte es Konsul sine collega, alleiniger Konsul. Was Gaius Julius befürchtete, trat ein. Pompeius, der ehemalige Volksfreund, griff durch und stellte die Ordnung in Rom wieder her. Der starke Mann war da. Zu früh. Eine schlechte Nachricht. Da sie nicht zu ändern war, widmete sich Gaius Julius, ohne sich beirren zu lassen, Gallien. Seinem Feldherrntalent glückte alles. In vier großen Schlachten eroberte er noch einmal ganz Frankreich und Belgien und krönte seinen Sieg durch die Gefangennahme Vercingetorix, so wie er es sich vorgenommen hatte. Bei genauerem Hinsehen waren seine Taten nicht immer sehr schön gewesen, aber wer sieht nach vierzehn Tagen noch so genau hin? Vercingetorix hatte sich für sein Volk geopfert und im Vertrauen auf die Soldatenehre freiwillig gestellt. Gaius Julius ließ ihn später wie einen Verbrecher im Kerker hinrichten. Staatsräson, verstehen Sie? Gallien war römisch, der blutige Krieg zu Ende, es blieb nichts mehr zu tun. Wir sind also bei dem »und dann« angelangt. Niemand war gespannter als Pompejus. Seine Gefühle für Gaius Julius sanken unter den Gefrierpunkt. Der Mann war ihm unheimlich geworden. Er erwartete stündlich eine Bombe. Sie platzte am 10. Januar 49 vor Christus. Gaius Julius hatte sich um das Amt des Konsuls beworben. Zu diesem Zweck hätte er in Rom erscheinen müssen, das wiederum durfte er nicht als Stadthalter. Es begann ein zähes Hin und Her. Die Volkstribunen versuchten, ihm jedem Gefallen zu tun, aber der Senat mit Pompejus, Cicero und dem jungen Cato hatte zu seiner Zivilcourage zurückgefunden und stemmte sich gegen alle Ausnahmegesetze. Gaius Julius stellte die Vertrauensfrage, ich lege mein Amt und mein Kommando nieder, wenn Pompejus dasselbe tut. Auf den ersten Blick ein honoriger Vorschlag, auf den zweiten Blick eine Unverschämtheit und tatsächlich haben die Senatoren eine solche Forderung eines Mannes, den sie sowieso jederzeit abberufen konnten, nicht verstanden. Das heißt, sie haben sie verstanden, als das, was sie war. Ihre Antwort war die Ausrufung des Staatsnotstandes. Die Volkstribunen, unter Zurücklassung des Volkes natürlich, suchten das Weite, was dem staunenden Senat gar manches offenbarte. Am neunten Januar trafen die Volksfreunde bei Volksfreund Gaius Julius mit diesen Neuigkeiten ein. Eine Nacht überlegte er, am zehnten Januar schob er alles beiseite und nahm die Maske ab. Cäsar kam darunter hervor. Der neue Cäsar hob die Hand und die Vorhut seines Heeres setzte sich über den Rubikon, das Grenzflüsschen zwischen seiner Stadthalterschaft und dem römischen Vaterland gegen Rom in Marsch. Gebildet wie Cäsar war, zitierte er dabei für die Nachwelt ein Wort des Dichters Menander – Alia Yacta Esto – Der Würfel möge fallen. Das elfte Kapitel hätte, wenn es nach Cäsar gegangen wäre, hundert Seiten füllen sollen. Aber Brutus und Cassius verkürzten es mit dem Dolch auf 18. Leider zum Glück klug dumm Die Weltgeschichte ist wie ein Reisebüro, es gibt Auskunft über Züge und Anschlüsse. Die Fahrkarte mit dem Ziel lösen die Reisenden. Nicht wie Marius vom Pöbel gerufen und nicht wie Sulla vom Senat von niemand gerufen mit dem Stigma des Empörers auf der Stirn marschierte Cäsar durch das Land. Die kleinen Städte zogen den Kopf ein und warteten. Sie waren nicht pro, nicht contra, sie hatten nur Angst. 60.000 Schwerbewaffnete sind ein furchteinjagender Anblick. Der Senat wusste, wie 60.000 Legionäre aussehen. Er selbst hatte getreu dem solanischen Gesetz nicht einen einzigen zur Hand. Er beschloss daher das vernünftigste, was er tun konnte, zu emigrieren. Süditalien Süditalien war Roms unerschöpfliches Kräftereservoir. Süditalien war ein Gegner jeder Empörung. Von Süditalien aus sollte wie zu Sullas Zeiten Rom wieder erobert werden. Die Garnisonen dort waren gegen Cäsar. Die Legionen in Afrika waren gegen Cäsar. Marsilia im Herzen seiner eigenen Provinz war gegen ihn. Wer war für ihn? Nicht einmal die römische Plebs, für die er immer eine Sphinx gewesen war. Sie fürchtete ihn nicht. Sie glaubte, ihn unbesorgt erwarten zu können. Sie war sich nur völlig im Unklaren, was der Mann wollte. Man greift nicht zum Schwert, um bloß Konsul zu werden. Was ging in seinem Kopf vor? Natürlich kann man die Frage auf sich beruhen lassen, die Ereignisse verfolgen und zum Nächsten übergehen. Dann wird die Geschichte ein Wachsfiguren Kabinett. Aber die Römer waren aus Fleisch und Blut, weinten und lachten selten, grübelten und planten, hatten Furcht, hatten Sehnsüchte, waren zögernd, waren entschlossen, treibende oder getriebene. Ihre Zeit war ihre Gegenwart, unbekannt schon die nächste Stunde. Nur wir wissen, wie es weiterging, nämlich, die römische Geschichte bricht um, die lange, lange Zeit der Demokratie endet, die Diktatoren und Kaiser kommen. Wer war Cäsar? Nemesis? Bewusst? Unbewusst? Erkannt? Nicht erkannt? Herzen haben die Weltgeschichte mehr bewegt als Gehirne, und immer sind es die Herzen, nach denen unser eigenes fragen wird. Das Bild Cäsars hat viele Wandlungen durchgemacht. Seine Zeitgenossen sahen in ihm einen Mann, der an die Macht kommen wollte und an die Macht kam. Die Umstände, so glaubte man, ließen nur eine Form zu, die Diktatur. Er schlitterte in sie hinein. Seine beiden Biografen, Zveton und Plutarch, sehen ihn wie einen Feldherrn des Lebens, als allgemeingültiges Wer wagt gewinnt. Wenn das stimmen würde, könnten wir die Akten Augustus, der schon im Jahre 40 noch als General überraschend den Titel Imperator Cäsar annahm, wusste es besser. Er sah in ihm einen von der Entwicklung quer geschriebenen Sichtwechsel. Petrarca und nach ihm die ganze Renaissance betrachtete Cäsar zum ersten Mal als Genie. Genie war für jene Epoche Tornado, wehender Mantel, Götterzorn, Titanenschicksal. Auch Kolumbus wäre für Petrarca ein Genie gewesen und in dessen Kopf spielte sich wirklich nichts ab. Erst im 19. Jahrhundert gab man dem Geniebegriff einen tieferen Inhalt. Hegel hielt Cäsar für das bewusste Genie, den überschauenden Geist der Geschichte. Sie haben natürlich bemerkt, dass alle diese Auffassungen eine Voraussetzung haben, die Billigung der Tat Cäsars. Der große Historiker Momsen war der Erste, der das Kriterium gut oder schlecht beiseite schob und an den Kern der Frage heranging, was Cäsar wollte und was er von der Weltgeschichte richtig erkannte. Momsen glaubte, dass Cäsar ohne persönliche Wünsche war, dass er Zuckungen der Demokratie richtig als Todeszuckungen eines verfallenden Körpers erkannte, dass er an den Beispielen der späthellenistischen Welt eine Wiedergeburt im Königtum als natürliche Entwicklung bewiesen glaubte und dass er bewusst auf eine demokratische Monarchie zusteuerte. Dem widerspricht vieles. Cäsar hat die römische Königswürde ausdrücklich abgelehnt und die Beispiele eines hellenistischen Königtums waren gerade zu seiner Zeit entmutigend schlecht. Die Gegenwart vertreten hauptsächlich durch die junge Generation hat, wie Kinder sind, die Frage nach gut und schlecht wieder aufgegriffen. Dabei fällt ihr das feurige Urteil nicht schwer. Schlecht. Ein Eindringen in die Materie erübrigt sich damit. Aber auch ergraute Historiker zeigen die typischen Verkehrsunfall Reaktionen. Sie nennen Cäsar einen Faschisten. Das Erstaunliche an dieser Plattitüde ist, dass sie stimmt. Und das wollen wir uns doch einmal genauer ansehen. In Cäsars Kindheit und Jugend fallen der Bundesgenossen Krieg gegen Rom, der Börsenkrach des Jahres 90, der Aufruhr der Proletarier, der Bürgerkrieg des Marius, die Schreckensherrschaft des Zinner, die Hinrichtungen durch Sulla, der erneute Umsturz nach Sullas Tode, der Monsterprozess gegen Verres, der Sklavenaufstand des Spartakus, die Seeräubereinfälle, die Lebensmittelverknappung, die Inflation, die Verschwörung des Katilina. Er hatte also alle Scheußlichkeiten eines Volkes im Delirium und eines hilflosen Staates erlebt. Natürlich, man kann Rechtsunsicherheit, tägliche Verbrechen, Mord, Aufruhr, Inflation und Straßenschlachten gewohnt werden. Oft genügt eine Generation, um diese Dinge für die gegebenen Begleiterscheinungen des Lebens hinzunehmen. Dann ist man ein angenehmer Zeitgenosse und wird Realist genannt. Als unrealistisch gilt, wer diese Dinge, die gern das Attribut vielschichtig annehmen, entkompliziert und verflucht. Der spätere Cäsar hat gezeigt, dass er diese Zustände verfluchte. Der junge Cäsar schwieg. Er beobachtete die Älteren und ihre Versuche, vor allem Pompejus, und er war ein kühler Beobachter. Er sah, wie es Pompejus erging und löschte auf jeden Fall erst einmal seine Laterne. Von dem Augenblick ab, als er sich über das Amt des Prokonsuls eine Militärmacht schuf, muss er, sonst hätte sein Streben keinen Sinn gehabt, der Meinung gewesen sein, dass ein Mann wie er an die Macht zu kommen habe. Gewiss nicht aus jenen undefinierbaren allgemeinen Machtgelüsten, die keiner Begründung bedürfen, sondern um die Macht zu einem bestimmten Zweck zu nutzen. Die geheime Vorbereitung seines Ausbrechens von links war ein Meisterwerk. Das zweite Meisterwerk, dass er dann keine Fahne hisste. Das war seine reine Wahrheit. Er hatte keine Fahne. Wer einen Trick dahinter sucht, irrt sich. Der späte Cäsar hat bewiesen, dass er keine Ideologie, nicht einmal den Schatten eines Parteiprogramms besaß. Mit der bestechenden Primitivität eines Faschisten betrachtete er sich als einen der wenigen Nichtkranken und seine Gedanken über Wert und Unwert der Dinge als Kriterium. Für einen solchen Mann gibt es in Zeiten der Fäulnis nur eine Alternative Gärtner werden oder die Macht ergreifen. Er wollte nicht eine gewisse Macht, er wollte die alleinige unumschränkte Macht. Er war sich darüber klar, dass er sich zuvor mit jedem Gegner, mit jedem männlichen Tier in der Herde auseinander zu setzen hatte. Er war bereit, er scheute sich nicht, er brauchte reinen Tisch. Er stützte sich in dem Moment, als er an die Macht kam, politisch auf niemanden, auf keine Partei, auf keine Gruppe, weder auf die Plebs noch auf den Senat. Über beide hatte er gleichermaßen den Stab gebrochen. Gesunde würden sich schon finden. Er war ein Ein-Mann-Unternehmen, eine Ein-Mann-Bewegung. Das blieb er im Grunde bis an sein Ende. Und noch etwas ist typisch, er stand völlig ratlos vor der Frage der Nachfolgerschaft. Da er davon ausging, der eine der Einzige zu sein, lag ein zweiter Einziger gänzlich außerhalb seiner Vorstellung. Er hatte keinen Sohn, er hatte politisch keine Kinder, er ist ratlos geblieben. Vielleicht ist das auch die Erklärung für den Fatalismus, mit dem er in den Tod ging. In sechzig Tagen eroberte er die Halbinsel Italien. Widerstand brach er rücksichtslos. Danach jedoch zeigte er sich ohne Härte und Rache. Nach und nach fielen ihm Garnisonen und Legionen von selbst zu. Der Senat floh nach Griechenland. Das war kein schlechter Rat von Pompejus gewesen. Er war inzwischen zum Oberbefehlshaber ernannt worden und wollte mit der Flotte, die er hatte mitgehen heißen, auf dem Seewege Rom zurückerobern. Noch gab es die Armeen in Griechenland, in Afrika und Spanien. Wir können es kurz machen, wie Cäsar. Er gab niemandem Zeit zum Atem holen, ließ Rom im Standrecht zurück, sandte zwei Legionen nach Spanien, zog selbst über die Pyrenäen, unterwarf die spanischen Legionen, nahm auf dem Rückmarsch Marseille, ging in einem Zuge nach dem Süden, setzte mit sieben Legionen auf wackeligen Schiffen über die Adria, stieß bei Durazzo auf Pompejus, Pompejus wich aus, Cäsar holte ihn in Thessalien ein und wagte die Entscheidung. Es wurde die Schlacht bei Pharsalus am 9. erprobten Feldherrntalent des Cäsar gegenüber, eine Übermacht des Senatsheeres, den müden Legionen des Usurpators. Pharsalus endete mit der totalen Niederlage des Pompejus, der zu allem Unglück auch noch einen Nervenzusammenbruch erlitt und Hals über Kopf weggeschafft werden musste. Cäsar begnadigte nach dem Sieg die Gefangenen, fast das ganze Heer, amnestierte den Senat und alle Flüchtlinge und forderte sie auf, heimzukehren. Der Frage, ob damit auch Pompejus gemeint war, wir wissen es nicht, wurde er überhoben. Pompejus, wankelmütiger Ex-Schwiegersohn, ex-Triumvir und ex-Volksfreund, befand sich zu dieser Zeit bereits zu Schiff auf dem Wege nach Ägypten. Er hatte noch immer große Pläne, doch am Hofe des Pharao regierte die Wetterfahne. Ptolemäus der Vierzehnte, Bruder Kleopatras, setzte auf die Karte Cäsar und ließ sozusagen aus Gefälligkeit Pompejus bei der Landung ermorden. Cäsar hat es ihm nicht gedankt, er war traurig und wütend über das unwürdige Ende. Mit einer kleinen Truppe machte er sich auf den Weg nach Ägypten. Es wurde eine Fahrt in fliegender Hast. Was ihn trieb, war die Chance, mit dem Mord an Pompejus als Aufhänger in die ägyptischen Thronstreitigkeiten am Nil zur höchsten Instanz zu machen. Die Situation dort war folgende. Der verstorbene Pharao hatte drei Kinder hinterlassen, eine Tochter Cleopatra und zwei jüngere Brüder. Traditionsgemäß heiratete der Ältere der beiden seine Schwester und übernahm zusammen mit ihr die Herrschaft. Dieser Ptolemäus der Vierzehnte war kein Dummkopf und hatte sich bisher die Römer ganz geschickt vom Halse gehalten. Um einen Grad Cleopatra, die nach der Ermordung des Pompejus, so gelegen sie ihr gekommen war, sofort von ihrem Bruder und Gemahl abrückte. Sie ahnte, dass Cäsar auftauchen würde und baute vor. Cäsar kam. Er wurde in Alexandria mit höchsten Ehren empfangen. Alexandria müssen wir uns in der Rolle eines Paris in superlativem Glanz vorstellen. Dekadent, zynisch, übervölkert, verschwenderisch, lüstern, ohrenbetäubend, augenbetäubend, im Trance entnervender Bachanale und traumhafter Nilfeste, aber auch hochintellektuell und hochlitterarisch. Es besaß die größte Bibliothek der antiken Welt. Cäsar war anfangs nicht schlecht verwirrt. Dazu trug Cleopatra noch bei, die eine sehr betörende Frau gewesen sein muss. Nicht schön, aber aufreizend wie eine Lola Montes, amüsant wie eine Georges Sande und umweht von dem Schlafgeruch einer Halbwüchsigen. Sie war damals etwa 21 Jahre alt. Sie besann sich keine Sekunde, sich Cäsar hinzugeben und ihn glauben zu lassen, dass er unwiderstehlich sei. Auch Cäsar besann sich keine Sekunde, Cleopatra zu nehmen und sie glauben zu lassen, dass sie unwiderstehlich sei. Cleopatra wunderte sich daher nicht, dass Cäsar am nächsten Morgen Ptolemäus den vierzehnten für abgesetzt und Cleopatra zur alleinigen Königin erklärte. Cäsar freute das. Andere etwas Falsches glauben zu lassen, war schon immer seine Stärke. Aber das ägyptische Heer erhob sich gegen ihn und schloss ihn im Palast von Alexandria ein. Seine kleine Mannschaft lag am Hafen, der Nachschub seiner Truppen war noch nicht da. In diesem Augenblick befand sich Cäsar in höchster Lebensgefahr. Der Herr des Imperiums im Kleiderschrank des fremden Schlafzimmers, die Lage ist so läppisch, dass man sie nicht glauben möchte. Mir persönlich Eisen. Sie ist wie die ausgleichende Gerechtigkeit für unser Schwitzen in der Geschichtsstunde. Und jetzt muss ich Ihnen ein Geständnis machen. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie sich die Sache damals abgespielt hat. Seit ich Bernard Schauss Cäsar und Kleopatra gelesen habe, bin ich immun gegen die Wahrheit. Selbstverständlich lügt Schauss wie gedruckt. Ich glaube ihm kein Wort. Dennoch kann ich Cäsar in Ägypten nicht mehr anders sehen, als von Kleopatra sorgfältig in einen Teppich gerollt und von zwei Dienstmännern ins Freie befördert, wie Schauss es von Kleopatra berichtet. Ich sehe es vor mir, wie man ihn unter einer Laterne am Kai in Mitten seiner Offiziere heraus wickelt, wie Cäsar aufsteht, sich den Rock abklopft und nach Trinkgeld sucht. Zunächst zündeten sie die den Hafen blockierenden Schiffe an, was bekanntlich gewisse Schwierigkeiten bereitet. Dennoch ist es historisch. Dann landeten die Nachschub Truppen, dann folgte die obligate Schlacht, dann siegte Cäsar, dann ertrank Ptolemäus im Nil, und dann finden wir Cäsar wieder im Schlafzimmer Kleopatras. Er blieb neun Monate. Es wurde ein Sohn und Kleopatra nannte in Cäsarion. Es ist nicht ganz klar, ob es Cäsars Kind war. Ich tippe auf Nein. Cäsar tat es auch. Im Frühling 47 riss ihn eine alarmierende Nachricht aus seinem Kur Aufenthalt. In Kleinasien hatte der Sohn des alten Römer Hassers Mithridates mobil gemacht, war in die Provinz Asia eingefallen und hatte den römischen Stadthalter geschlagen. Cäsar fand von einer Sekunde auf die andere in die raue Wirklichkeit zurück, ließ die Sachen packen und traf nach wenigen Tagen in Kleinasien ein. Er gab sich gar nicht erst mit dem Stadthalter ab, sondern stieß mit seinem winzigen Heer sofort in das Herz des mitridatischen Reiches zum Pontus durch. Bei Cela wurde er von der Hauptmacht des Feindes gestellt. Der Kampf dauerte fünf Tage und wurde nur von Cäsars überlegener Strategie gewonnen. Nach Rom schickte er den kürzesten und elegantesten aller Heeresberichte der Weltgeschichte »Veni Vidi Vici« »Ich kam, sah, siegte«. Im Herbst besuchte er auf einen Sprung Rom. Er sah sich um und fand, dass seine Beauftragten gut gearbeitet hatten. Die Stadt war ruhig, sie arbeitete, der Senat funktionierte, die Tribunen funktionierten, eine Rechtsreform war im Gange, eine neue Gemeindeordnung ausgearbeitet, der zugewanderte Pöbel war aufs Land befördert, die Getreidespende von 330.000 auf 150.000 Empfänger reduziert. Cäsar griff weiter durch, erließ neue Verordnungen für die Justiz, Gesetze gegen Erpresser, Wucherer und Ausbeuter, milderte das Schuldstrafrecht, regelte das Steuersystem neu, begünstigte die Arbeiter in der Landwirtschaft, ergriff Hilfsmaßnahmen für die römische Auswanderung in die Kolonien und die Verbreitung römischen Wesens, am römischen Wesen soll die Welt genesen, gab sämtlichen Gemeinden Siziliens, Südfrankreichs, Spaniens, das Bürgerrecht, befahl die Inangriffen, die Trockenlegung von Sümpfen, die Regulierung des Tibers, die Umstellung des Kalenders von Mondphasen auf die moderne Sonnenzeit und schließlich die Ausrottung der abergläubischen Ausbietzien. Dann hatte er keine Zeit mehr. Afrika rief. Dort hatte sich ein großer Teil der Pompejaner gesammelt und der Legionen bemächtigt. Sie glaubten jetzt, soweit zu sein, um zum Schlage ausholen zu können. Cäsar ersparte ihnen die weite Reise, kam ihnen bis vor ihre Tür entgegen, stellte sie bei Tapsus, südöstlich von Kartago und schlug sie vernichtend. Der alte Stahlhelmer Cato Minor gab sich den Tod. Es war nun einiges zu tun in Afrika. Cäsar tat es. Als er heimkehrte, hinterließ er eine tadellos verwaltete Provinz. In Rom, er hatte leider wenig Zeit, gönnte er dem Volk das Riesenspektakel eines Triumphzuges. Man feierte und festete bis zur Erschöpfung. Es kostete eine Stange Geld, aber es war herrlich. Es gab kein Rechts und kein Links mehr, alles war ein Herz und eine Seele auf der Basis des Schweinebratens. In weiter Ferne lagen die Probleme, die einst die Menschen bewegt hatten. Waren diese Geschichten denn wirklich ihre Angelegenheit gewesen? Nur wenige noch legten den Kopf schief und gedachten wehmütig des Genusses auf eine Kiste steigen und in die offenen Münder der lauschenden blicken zu können. SPQR Senat und Volk ernannten Cäsar auf weitere zehn Jahre zum unumschränkten Diktator. Mehr noch zum Präfektus Moribus zum alleinigen Richter über Ethik und Moral. O Cäsar, denkst du noch manchmal an Alexandria? Lach doch nochmal. Die Söhne des Pompejus lebten noch und erhoben sich jetzt in Spanien, gestützt auf die Provinzlegionen und ihre reiche Unerfahrenheit. Cäsar brach abermals auf. Zum Kotzen, Herr Major, wird er in der klassischen Soldatensprache gesagt haben. In der Schlacht bei Munda, südlich Cordoba, bereinigte er mit der Präzision eines Schachgroßmeisters auch diesen letzten Versuch der Unbelehrbaren. In der Tat Unbelehrbaren. Es gibt Zeitenwenden, wo es die Revolutionäre sind, die die Ewig Gestrigen werden. Als Cäsar heimkehrte, ernannte ihn der Senat zum Diktator Perpetuus, zum ständigen Oberbefehlshaber des Heeres, zum Pontifex Maximus mit göttlichen Ehren und ich weiß nicht was noch alles, lauter überflüssiges Klingeling. Aber wir wollen dieses Klingeling im Auge behalten, es wurde später eine der Wurzeln des Cäsaren Wahnsinns, der bei den Neuronen keineswegs nur biologische Ursachen hatte. Cäsar war frei davon. Spötter, und er war ein berühmter Spötter, laufen keine Gefahr. Wir müssen ihn ein bisschen so sehen wie Shakespeare. Mir haben stets Gefahren im Rücken nur gedroht, wenn sie die Stirn des Cäsar werden sehen, sind sie verschwunden, denn in der Menge weiß ich einen nur, der unbesiegbar seinen Platz bewahrt. Ein bisschen auch so sehen wie Thornton Wilder. Wieder ist es Mitternacht, mein lieber Freund, ich sitze an meinem Fenster, die Motten tanzen um meine Lampe, der Fluß spiegelt ein verstreutes Licht der Sterne, drüben auf dem anderen Ufer streiten ein paar trunkene Bürger in einer Taverne und mitunter trägt die Luft meinen Namen herüber. Du sprichst von der Vergangenheit, bei der Erinnerung an ein einziges geflüstertes Wort, an ein Augenpaar, fällt mir die Feder aus der Hand. Rom wird zur Aufgabe eines Kanzleibeamten, mit der ich meine Tage fülle, bis der Tod mich davon erlöst. Bin ich darin sonderbar? Ich erinnere mich, wie ich einst als Priester des Jupiter zum Kapitol hinaufstieg, meine Cornelia mir zur Seite, die ungeborene Julia unter dem Gürtel. Welchen Augenblick der jenem gleich käme, hat das Leben seitdem geboten? Soeben ist die Wache vor meiner Tür abgelöst worden. Die Posten haben die Schwerter aneinander geschlagen und das Losungswort getauscht. Es lautet für heute Nacht »Cäsar wacht«. Ein bisschen auch so sehen wie Bernard Shaw. Dies ist das ärgste an uns Römern. Wir sind bloß Macher, ein in Menschen verwandelter Bienenschwarm. Da lobe ich mir einen guten Schwätzer, der genug Witz hat, leben zu können, ohne immerfort etwas tun zu müssen. Eines Tages werde ich mich vielleicht zur Ruhe setzen und eine blaue Toga tragen. Inzwischen muss ich auf meine Art so gut ich kann vorwärts zu kommen trachten. Und ein bisschen wie Meyers Lexikon. Sein Geist umfasste alle zweige menschlichen Wissens und war für alles empfänglich. Nur genießend und behaglich in Rom lebend dürfen sie ihn nicht sehen. Die längste Zeit, die er in Rom genossen hat, war ein halbes Jahr. Das Bild eines Cäsar, der unter seinen Bürgern lebt, sein Leben in der schönen Stadt einrichtet und sie glücklich genießt, ist ein Irrtum. Bis der Tod mich davon erlöst. Er war verzweifelt, er wusste nicht, wem er Rom übergeben sollte. Und so berief Cäsar jedes Jahr aufs Neue Cäsar zu seinem Nachfolger. Natürlich hatte sich in dreieinhalb Jahren ein Kreis von Jüngern herausgeschält. Da war Antonius schon als Volkstribun Anhänger Cäsars, Enkel des von Marius ermordeten Marcus Antonius Primus, jetzt ein Mann von 38 Jahren. Da war der erfahrene Emilius Lepidus zu alt, dann die beiden Junior, Marcus Brutus und Dezimus Brutus, wenn man nur ihre Köpfe öffnen und hineinschauen könnte. Der Onkel des Marcus Brutus war Cato Minor gewesen, ein Ex-Pompeianer. Cäsar wurde nie das Misstrauen los, obwohl er ihn sehr gern hatte, fast wie einen Sohn. Auch du, mein Sohn Brutus? Dezimus Brutus kam aus derselben Gänz. Er war ein außerordentlich begabter General, im Augenblick Stadthalter ein besonnener Mann, er würde das Erbegut verwalten. Verwalten, einen Vulkan verwalten, die Wölfin verwalten. So kam es, dass Cäsar seine Hoffnungen auf einen anderen setzte, einen 18-jährigen Jüngling, der nicht eine einzige beruhigende Eigenschaft zu besitzen schien, sondern nichts als Ärger bereitete. Rätselhaft wie Cäsar auf ihn verfiel. Vielleicht war es eine Sternstunde, vielleicht erinnerte er sich seiner eigenen Jugend und erkannte sich selbst noch einmal unter der Maske eines Clowns. Vielleicht sah er in irgendeinem Augenblick oder hörte aus einem Satz das gezügelte Feuer in diesem Jungen, der im Moment eigentlich nur mit einem nassen Lappen zu erschlagen war. Vielleicht aber waren es einfache sentimentale Blutsbande. Es ist nicht wahrscheinlich, aber möglich. Dieser junge Mann war Cäsars Großneffe. Die Schwester Cäsars hatte einen gewissen Arzius, einen Plebeja, geheiratet. Ihre Tochter Arzia heiratete einen wohlbestallten, aber bedeutungslosen Mann aus dem Großbürgertum der Provinz, Octavius. Dessen Großvater war, wie böse Zungen behaupten, noch Sklave gewesen. Sein Sohn Gaius Octavius war nun dieser rätselhafte Spross. Cäsar entschloss sich zu einem zunächst nur zivilrechtlichen Schritt. Er adoptierte ihn. Jetzt heißt das Herrchen also Gaius Julius Cäsar Octavianus. Er lebte in der Umgebung Cäsars. Auf dem nächsten Feldzug gegen die Partha sollte er seine Feuertaufe erhalten, wovon er wenig begeistert war. Cäsar hatte ihn zur Truppe geschickt und kümmerte sich nicht darum. In diesen Tagen des Jahres 44 zeigte sich Cäsar überhaupt in merkwürdiger Weise lethargisch. Längst war ihm zu Ohren gekommen, dass eine Gruppe von Senatoren gegen ihn konspirierte. Das Geflüster nahm fast den Charakter einer Verschwörung an, aber der Diktator reagierte nicht. Man nannte ihm Namen, er winkte ab, man nannte ihm Gründe, er lächelte. Beim Luperkalienfest am 15. Februar, dem großen Volksfest zu Ehren des Pan, bei dem die Luperkuspriester nackt um den Palatin liefen und mit ihrer Berührung die Menschen entsühnen und die Frauen fruchtbar machen konnten, ereignete sich ein Zwischenfall, der dem Geflüster neue Nahrung gab. Antonius, amtierender Konsul, wie immer überschwänglich und sich als Sprecher des Volkes fühlend, trat plötzlich auf Cäsar zu, um ihm das Königsdiadem aufs Haupt zu setzen. Die Volksmenge erstarrte. Cäsar, dem man keine Regung anmerkte, schob die Hand beiseite. Antonius versuchte es noch einmal. Cäsar stieß den Stirnreif heftig zurück, eine weithin sichtbare Gäste. Das Volk erwachte aus der Erstarrung und brach in lauten Jubel aus. Der Diktator hatte die Königskrone ausgeschlagen. Hatte er den Plan Marc Antons gekannt? Hatte er die Szene gewollt? War sie als Frage an das Volk gedacht gewesen? Die Verschwörer waren überzeugt davon. Die Vorstellung, es könne dies die Generalprobe gewesen sein, brachte sie in fieberhafte Erregung. Sie wagten es sogar, Antonius zu stellen und ihn offen in ihre Umsturzpläne einzuweihen. Antonius war zunächst einmal nichts als verblüfft, wen er da vor sich sah, Markus Brutus und Cassius den Präfekten. Während er sich noch von seiner Überraschung erholte, rollte Cassius alle Pläne vor ihm auf. Aber je länger er redete, desto geistesabwesender wurde Antonius. In welche Situation geriet er da? Was wollten sie eigentlich? Sollte er da mit machen? Nein, Freund Brutus, nein, Freund Cassius, er schüttelte traurig den Kopf. Und dann ging der brave Mann zum Mittagessen. Denn das schon erstaunlich ist, so ist noch viel erstaunlicher, dass auch Brutus und Cassius heimmarschierten. Alle Berichte stimmen darin überein, dass die Flammen schon aus dem Dach schlugen und weithin sichtbar waren und dass dennoch alle Beteiligten sich in unwirklicher Luft bewegten. Diese Atmosphäre des Unernsten ging zweifellos von Cäsar aus. Just jetzt entließ er seine Leibwache. Er trug nun auch beständig die Purpur Toga des Triumphators, die ihn wie die rote Muleta des Torero für den Stier weithin sichtbar machte. Er schien sich nur für den Parterfeldzug zu interessieren, aber er war mit dem Herzen nicht und einsam. Es war nicht die Isolierung des Tyrannen, er ging unbesorgt und völlig ungeschützt unter die Menschen, er schien gerade jetzt besonders liebenswürdig und duldsam, es war die Einsamkeit, die die Resignation begleitet. Natürlich wird er sich jemand eröffnet haben, wahrscheinlich Kalpurnia seiner Frau, aber er wird wohl nicht im Stande gewesen sein, ihr den Zirkulus Viciosus seiner Gedanken klarzumachen. Was wollte Brutus? Was wollte Cassius? Warum erbitterte sie, dass überall seine Büste stand? Warum können Menschen wie sie das nicht ertragen? Warum erbitterte sie, dass er lebenslänglicher Diktator war? Warum hätten sie es leichter ertragen, wenn er jedes Jahr aufs Neue berufen worden wäre? Weil die Verewigung der Diktatur die Tyrannis bedeutet und nicht mehr ein Amt? Fakten. Blühte nicht Rom in Wohlstand und Frieden? Und was ist das für ein Wahn Volksherrschaft? Ist sie heilig? Gilt für sie nicht, was für alles in der Welt gilt, das Metamaß von Gut und Schlecht? Hatte Brutus die Tage des Zinner und Clodius der Volksfreunde vergessen? Erinnerte sich Cassius nicht an die tausend Beispiele in der Geschichte? Erinnerte er sich nicht, dass es das Athener Volk war, das seinen großen Sohn Sokrates zum Tod verurteilte. Ein halbes tausend Bürger saßen zu Gericht. Volk! Keiner der geistig führenden Männer Athens hätte so ein Urteil gefällt. Keiner wäre so intolerant, keiner so kurzsichtig, keiner so von Leidenschaften verhetzt gewesen. Jedoch es ging Quantität vor Qualität. Dieser unselige Traum der Plebs. Er wollte nicht darüber nachdenken. Alea jakta esto. Vor der Senatssitzung vom 15. März erkrankte er leicht und beabsichtigte ihr fern zu bleiben, aber auf Drängen entschloss er sich zu gehen. Er ging zu Fuß. Unterwegs steckte man ihm noch einmal eine dringende Warnung zu. Er ließ sie unbeachtet. Im Senat herrschte verräterische Nervosität. Die Verschwörer beeilten sich, das Eisen noch glühend zu schmieden und legten Cäsar eine Fangfrage vor. Er fällte, wie erwartet, eine unpopuläre Entscheidung. Man bat. Er lehnte ab. In diesem Augenblick sprangen die Verschwörer vor und zogen die Dolche. Cäsar stieß als erster zu. Cäsar schlug ihm die Hand weg. Vielleicht glaubte er damit, das Attentat überstanden zu haben. Die Wirkung auf das Volk wäre unbezahlbar gewesen. Aber er irrte sich. Im nächsten Moment schon zuckten die Dolche von allen Seiten auf ihn nieder. Tug Wokwe brute. Als er sah, dass er verloren war, verhüllte er das Haupt mit der Purpur-Toga und ließ sich ermorden. 15. März 44 v. Christus. Im zwölften Kapitel probiert ein neunzehnjähriger das gescheiterte Experiment Cäsars noch einmal, sein Adoptivsohn Octavian, ein harmlos aussehender, kränklicher Blässling von der Gefährlichkeit einer Klapperschlange. Notieren wir. Die Zahl der Verschwörer betrug etwa 60. Das Volk hatte daran keinen Anteil. Die Zahl der Dolchstiche betrug 23. Sie saßen auch im Genick und im Rücken. Zwei Senatoren hatten vergeblich versucht, Cäsar beizuspringen. Antonius war nicht darunter. Testamentseröffnung durch Antonius als Konsul. Cäsar schenkte seine Gärten als öffentliche Parks dem Volke und vermachte jedem Einzelnen der römischen Plebs eine Geldsumme von 300 Sesterzen. Eine Sesterze gleich ein Viertel Denar gleich circa 1,50 Mark Ankaufkraft. Den Rest des großen Vermögens erbte Octavian. Ein politischer Nachfolger war nicht genannt. Das Testament hatte sich in der Hand Kalpurnias befunden, wie es zusammen mit allen noch nicht veröffentlichten Verfügungen und dem ganzen Archiv des Privatbüros nicht Octavian, sondern Antonius übergab. Nach dem Mord waren die Senatoren kopflos auseinandergestoben. Die Leiche lag verlassen unter dem Ironie des Schicksals Pompejus-Standbild, das Cäsar seinem Freundfeind errichtet hatte. Sklaven schleppten den noch blutenden Leichnam durch die Straßen zu seinem Haus. Von den Verschwörern war nichts zu sehen. Erst viele Stunden später tauchte hier und da einer in den Plebeia-Vierteln auf, um die Stimmung zu erkunden, zog sich jedoch schnell wieder zurück. Viele ließen ihre Häuser durch gemietete Gladiatoren bewachen. In einem deutschen Lehrbuch steht der Satz, Cäsars Feinde hatten deutlich gefühlt, dass alle Taten des großen Mannes nicht über eines hinweg täuschen konnten, den völligen Verlust der Freiheit. Das Wort Freiheit hätte nun eigentlich durch die Stadt fliegen müssen, aber es flog nicht. Das Volk begriff die Tat nicht. Denn was ist Freiheit? Freiheit ist die körperliche und moralische Selbstbestimmung im Rahmen einer von der Schicksalsgemeinschaft gut geheißenen Verfassung. Das Volk von Rom war nicht der Meinung, diese Freiheit nicht besessen zu haben. Jetzt fürchtete es sich vor dem Verlust der Ordnung. Der Senat ließ sich zunächst nicht mehr zusammentrommeln, die Regierung war lahmgelegt. Erst langsam wurden die Verschwörer immer noch mit gepacktem Koffer kühner. Es bildeten sich Propagandatrupps, die das Volk zum Hurra aufrütteln sollten. Der Erfolg war mager. Als der Tag des Leichenbegängnisses kam, wusste weder die eine noch die andere Seite, wie es um die Stimmung stand. Der Tote war auf dem Forum aufgebahrt, ganz Rom auf den Beinen. Am unsichersten fühlte sich Antonius. Als Konsul, jetzt einziger Konsul, hatte er die Totenrede zu halten. Mit sportlichem Schwung bestieg er die Rednertribüne elegant, schnittig, auf schön getrimmt und mit der damaligen Rarität eines kurzen Vollbarts verziert. Er begann seine Rede behutsam, tastete sich langsam vor, sah, dass das Volk die ersten verfänglichen Formulierungen pro Cäsar schluckte und entschloss sich, Wabank zu spielen. Er riss das Steuer herum, geriet selbst in Feuer, las das Testament vor und mündete in eine Hymne auf den Toten ein. Die Plebs, wie erlöst aus allen Zweifeln, brach in Jubel aus. Und als der Holzstoß, auf dem der Tote Tyrann lag, entzündet wurde, sprengten die Menschen die Absperrung, rissen Brände heraus und stürmten los, um die Häuser der Mörder anzustecken. In heller Panik flohen die Verschwörer und verbargen sich. Antonius hatte Mühe, den Aufruhr zu bändigen. Als sich Wochen später die Gemüter beruhigt hatten, brachte Cicero als erste neue Handlung des Senats zwei Beschlüsse durch, die das Klügste waren, was man im Moment machen konnte, die Amnestie der Verschwörer und die Bestätigung aller Gesetze und Pläne Cäsars. Dafür also war Cäsar gestorben. O Cäsar, lach doch noch einmal. Die Begnadigung der Attentäter war ein geschickter Schachzug. Die Verschwörer wurden damit als Mörder, die der Begnadigung bedurften, festgenagelt, aber als Märtyrer verhindert. Sie wurden aus Rom verbannt und gingen, natürlich frei und an nichts Not leidend, in die Provinzen, wo die Heere standen. Doch daran dachte im Moment niemand. Eine ganze Reihe von Leuten sah nun ihren Weizen blühen. Es ging ganz offen um die Nachfolge Cäsars, eine recht seltsame Anschauung all dieser Herren, die soeben erst mitgeholfen hatten, sich des Machthabers zu entledigen. Da gab es also Markus Antonius, den Mann, der das Steuer herumgerissen und dem Volke klargemacht hatte, dass ein Diktator gut ist, wenn er gut ist. Antonius fühlte sich aus mehreren Gründen stark. Er galt als der vertraute Cäsars und sein Treuhänder. Er war, nachdem man ihm einen unbedeutenden Mann als zweiten Konsul zur Seite gegeben hatte, praktisch Konsul sine collega. Sveton behauptet, er sei völlig größenwahnsinnig mit einem Löwengespann durch die Straßen gefahren. Und er war im Besitz der Cäsarischen Akten und Handnotizen, das heißt, es lag bei ihm, was er herausholte und als Cäsars Willen zum Gesetz erklären lassen wollte. Er konnte auch Fälschungen unterschieben und hat es vielleicht sogar getan. Er war kein schlechter Charakter und ganz gewiss kein echter Bösewicht, aber er war leichtfertig, im Übrigen nicht zu vergleichen mit Pompejus. Es ist also falsch, später eine parallele Pompejus Cäsar und Antonius Octavian zu sehen. Auch die finanzielle Lage sah anders aus. Pompejus war als Felder und Eroberer wie üblich reich geworden. Antonius war nie Oberbefehlshaber gewesen. Er steckte im Gegenteil bis über die Ohren in Schulden. Als ihm Kalpurnia das Erbe zu treuen Händen übergab, dachte er gar nicht daran, Octavian an das Geld heranzulassen. Er stellte sich taub und bezahlte vor allem einmal seine eigenen Gläubiger. Dies alles erfuhr das Volk erst, als Octavian es ausposaunte. Octavian, der im März 44 als Vorkommando Cäsars bei den Truppen in Apollonia geweilt und sich dort amüsiert Rom zurückgekommen, denn ihm schwarnte Böses. Das eine, was ihm geschwarnt hatte, war zum Glück inzwischen schon in Ordnung gebracht, nämlich die Glorifizierung Cäsars. Das andere traf prompt ein, er bekam sein Erbe nicht ausbezahlt. Dieser Schlag ist es wahrscheinlich gewesen, der den neunzehnjährigen Jungen erwachen ließ. Er, der sich bisher im Vertrauen auf seinen allmächtigen Adoptivvater um nichts gekümmert hatte, sah sich plötzlich vor die Alternative gestellt, zu kämpfen oder als Namenloser ins Nichts zurückzufallen. Er wählte das Kämpfen, übrigens gegen den Rat seiner Verwandten, die ihn für untauglich hielten. Er hatte keine Ahnung, in was er sich da einließ. Mit der Kühnheit des Ignoranten bekannte er sich zunächst einmal als Sohn Cäsars, des Tyrannen, dem er so ganz und gar nicht glich. Dabei zeigte sich, dass der Junge doch gerissener war, als man vermutet hatte. Er war viel gerissener als Cäsar. Je mehr Antonius gezwungen war, seine eigene Stellung durch die Glorifizierung Cäsars und die Verurteilung der Attentäter zu untermauern, desto mehr profitierte Octavian. Schließlich war er und nicht Antonius der Erbe. Er war es, der den Bürgern das Vermächtnis auszahlen wollte. Und als er auf den Schachzug verfiel, die Güter und Häuser Cäsars, die sich Antonius beim besten Willen nicht hatte in die Tasche stecken können, zu verauktionieren, um das Geld für das Volk aufzubringen, da gehörte ihm das Herz der Plebs. Antonius war plötzlich in einer sehr schiefen Lage. Noch ein dritter Mann existierte, mit dem zu rechnen war. Cicero, 62 Jahre alt, der untadelige, langweilige, ehrgeizige Aristides der Römer, einstiger Advokat, glänzender Redner, erfolgreicher Schriftsteller, Ex-Konsul, Ex-Stadthalter, Entdecker der kathilinischen Verschwörung, mehrfach in Ungnade, zum Schluss immer wacker auf der Seite des Siegers, erst Pompejus, dann Cäsars, jetzt Antonius, bald Octavians. Er war nicht der Typ des Einzelgängers. Er hätte gern mit dem Senat als Instrument geherrscht. Er besaß ein gerüttelt Maß nutzloser Erfahrung und war klar sehend wie ein Professor, das heißt, auf einem Auge blind. Im Oktober 44 verließ Octavian Rom, angeblich, weil er für sein Leben fürchtete. Vielleicht stimmt es, jedenfalls tat er etwas Unglaubliches. Er warb unter den Veteranen Cäsars auf eigene Kosten ein Privathier an. Er zahlte generös, er zahlte so gut, dass sogar Einheiten der regulären Truppe zu ihm übergingen. Dabei stellte sich heraus, dass der Name Cäsar Wunder wirkte. Laut Adam Riese war der junge Herr nun ein Hochverräter und reif für das Schwert. Dass er nicht komplett irrsinnig war, dafür zeugen seine nächsten Schritte. Er entfesselte in Rom eine wilde Hetze gegen Antonius, der mit dem schlechtesten Gegenzug antwortete, der sich denken lässt. Er setzte sich aus der Stadt ab und zog aus purer Verlegenheit gegen den aufsässigen Decimus Brutus, einen der verbannten Cäsarmörder, los. Er hielt es für klug, aus der Schusslinie zu sein, Truppen in die Hand zu bekommen und zugleich eine so edle Aufgabe vorzugeben. Der Senat dachte anders. Cicero stellte ihn in seinen berühmten philippischen Reden als den Mann hin, der in Bälde den Rubikon überschreiten werde und zeterte über die Machtlosigkeit der Regierung. Und siehe da, wer nahte als Rettung? Der gute junge Gaius Julius Cäsar Octavianus mit seinem Heer, das er kostenlos dem Senat zur Verfügung stellte. Man griff zu und damit war Octavian kein Hochverräter mehr. Der Moment, ihn zu verurteilen, war verpasst, der Clou geglückt. Nachdem er alle Hände geschüttelt und reichlich Geld verstreut hatte, machte er sich daran, seine erste Aufgabe im Auftrag des Senats zu lösen. Sie werden es nicht glauben, gegen Antonius zu ziehen. Warum? Ja, warum? Erstens wollte man Decimus Brutus schützen, der ein guter Demokrat war. Und Demokrat wiegt zu mancher Zeit mehr als Mörder. Und zweitens war das Konsulat des Antonius inzwischen abgelaufen. Was der Herr hier unternahm, einen ausgewachsenen Feldzug, war eine reine Eigenmächtigkeit. Decimus Brutus, Verwandter des Tuquoque Brute, hatte sich in Modena verschanzt. Antonius war dabei, ihn auszuhungern, als Octavian nahte. Ich sage, Octavian und die Boten des Antonius werden es ebenfalls gesagt haben, richtig ist, dass die offiziellen und wirklichen Befehlshaber seines Heeres die beiden amtierenden Konsulen Hirzius und Pansa waren. Offizieller geht's nicht. Antonius verlor den Kopf und ließ es zu einer Schlacht kommen. Man stelle sich vor, zu einer Schlacht gegen die römischen Konsulen. Er verlor sie gründlich und flüchtete zu Papa Lepidus, der mit seinen Truppen in Südgallien stand. Die Begegnung von Modena ist bis heute eine mysteriöse Angelegenheit geblieben. Ziemlich sicher ist, dass Octavian so wie später Friedrich der Große in seiner ersten Schlacht versagte. Er scheint geflohen zu sein, denn er tauchte erst nach dem Siege wieder auf, ohne Mantel und ohne Pferd. Auch die Umstände um Hirzius und Pansa sind reichlich merkwürdig. Der eine fiel, der andere starb kurz darauf und es ging das Gerücht, dass Octavian ihn beseitigen ließ. Der Grund wäre leicht einzusehen. Sie erraten ihn nicht? Dann sind Sie kein Politiker, mein Herr, und kommen als Führungskraft nicht in Frage. Octavian kehrte nach Rom zurück. Mit der Truppe versteht sich, die er der Einfachheit halber gleich auf dem Marsfeld lagern ließ. Ein hübscher Haufen Soldaten, der da unter den Augen des Senats kampierte und die schartigen Messer wetzte. Fröhlich lächelnd spazierte des Morgens der Sieger von Modena, der blassisch mächtige Jüngling Octavian, durch die Reihen der Veteranen und anschließend durch die Reihen der Senatoren, die gerade vor der wichtigen Aufgabe standen, neue Konsulen als Ersatz für die Nicht-Heimkehrer Hirzius und Pansar zu nominieren. Was sie nicht für möglich gehalten hätten, und ich auch nicht, geschah. Der 20-Jährige wurde gewählt. Volk und Senat waren sich einig, der oder keiner. Behufsdessen mussten nun wieder einige neue Gesetze geschaffen und alte außer Kraft gesetzt werden. Im Zeitraffer-Tempo galt es, Ämter zu durcheilen und Titel nachzuholen. Kurzum, es geschah für Octavian alles, angesichts dessen ein normaler Bürger, der Stufe für Stufe zu ersteigen hatte, sich als Idiot vorkommen musste. Es sind viele Überlegungen angestellt worden, wie Octavian dieses unbeschriebene Blatt das fertiggebracht hat. Natürlich, Geld spielte eine Rolle, aber nicht die entscheidende, seine Mittel waren begrenzt. Eine gewisse Rolle wird auch die politische Situation gespielt haben. Die Plebs fürchtete die Rückkehr der Verschwörer. Der Senat fürchtete Antonius. Octavian schien es mit keinem zu halten. Er hatte Antonius geschlagen, aber Decimus Brutus in der Verbannung gelassen, ohne ihn auch nur anzusehen. Schließlich gab es als dritten Faktor das Militär, das praktisch Herr der Stadt war. Nur, warum machte das Heer das Spiel dieses unbeschriebenen Blattes mit? Wahrscheinlich unterschätzen wir, wie groß der Eindruck war, den Cäsar hinterlassen hatte, wie sehr den Soldaten und dem Volk das politische Leben zum Halse heraushing und wie wenig es sich aus dem ewigen Mitquatschen machte. Man kann das Volk nicht unbegrenzt politisch strapazieren, ohne dass es sich eines Tages ödet und das Ruder abgibt. Anders ist nicht zu verstehen, was sich Octavian nach seiner Wahl erlauben konnte, ohne dass sich eine Hand dagegen rührte. Mit der drohenden Anwesenheit des Militärs allein ist das nicht zu erklären, sondern nur mit der Erinnerung an Cäsar und mit dem Überdruss an der Drogepolitik. Octavian war kaum Konsul, als er seine Karten aufdeckte. Er annullierte die Begnadigung der Verschwörer, verbot die Bezeichnung Tyrannenmord, hob damit die moralische Begründung der Tat auf, machte die Mörder also vogelfrei und rehabilitierte dagegen Antonius. Die Schwenkung um 180 Grad geschah in einer Sekunde, verblüffte jedermann und interessierte in Wahrheit nicht eine Seele. Die Zerreißprobe hatte sich als ein Kinderspiel herausgestellt, nur musste man es gewusst haben. Octavian, 20 Jahre alt, hat es gewusst. Sie müssen ihn als Gestalt richtig sehen. Schlagen Sie sich die Statuen aus dem Kopf, sie sind alle idealisiert. Octavian war ziemlich klein, wirkte aber gut proportioniert. Von Geburt an besaß er jene zerbrechliche Gesundheit, die ein langes Leben verspricht. In der Jugend hatte er sich weiter verweichlicht, ein blässlicher, magenempfindlicher Jüngling mit lückenhaften, schlechten Zähnen und am ganzen Körper verpickelt. Er litt an Hautjucken, an Gallenschwellung und von Zeit zu Zeit sehr schmerzhaft an Nierensteinen. Die Sehkraft des linken Auges ließ schon nach und auch das linke Bein zeigte sich schnell überanstrengend und schleppte dann leicht hinterher. Er hatte Kreislaufstörungen, die mitunter seine Finger absterben ließen. Wie manche blonde Typen, er hatte seidiges, helles Haar, vertrug er keine Sonne, auch nicht im Winter. Er vertrug auch keine Kälte, jedes Jahr befiel ihn ein-, zweimal die Grippe. Breiten vermied er, wo es nur ging, stattdessen ließ er sich in der Sänfte tragen. Er war zaghaft, etwas hypochondrisch und feige, er ängstigte sich bei jedem Gewitter, die blanke Waffe erschreckte ihn und bei Übungen machte er eine klägliche Figur. Aber alles überstrahlte sein Gesichtsausdruck, der heiter, gelassen und von scheinbar herzlichster Offenheit sein konnte. Tatsächlich war er zu jener Zeit noch ein komplettes Ekel, das Freund und Feind verriet, ein Scheusal, das den Kopf des später von ihm besiegten Markus Brutus, tu quocve Brute, abzuschlagen und nach Rom zu schicken, befahl, und das nach der Einnahme einer Stadt, den dreihundert Geiseln, die um ihr Leben baten, gefühllos wie ein Jakobiner antwortete, es muss gestorben werden. Haben Sie ihn gut vor Augen? Bringen Sie diesen blässlichen, maroden jungen Mann nicht mit irgendeiner Ideologie in Verbindung. Er kannte genau wie Cäsar keine. Er war auch entschlossen, sich mit keiner zu beschäftigen. Das verwunderte schon seine Zeitgenossen, die seit Marius gewohnt waren, dass ein Zwanzigjähriger Schaum vor dem Mund hatte. Sie schlossen daraus, dass Oktavian im Grunde genommen unpolitisch sei und nur eine gewisse Rolle spielen wolle. So schlug er zunächst ungestört und unbeargwöhnt seine Wolten. Mit der größten Frechheit beschwatzte er die Volksversammlung, gegenüber dem Senat mal auf die Pauke zu hauen und eine Kommission einzusetzen, die die inneren Verhältnisse endlich neu ordnen sollte. Mit der größten Frechheit nominierte er dafür, sich selbst ferner Antonius und als dritten Lepidus. Punkt, erledigt, noch ehe der Paukenton verklungen war. Damit gab er eigentlich nur bekannt, was unter den drei Militärmachthabern längst beschlossen war. Der pappaliche Lepidus, siebenundvierzig Jahre alt, unter Cäsar einst Konsul und Oberbefehlshaber der Reiterei, war derselbe Lepidus, der den Flüchtenden Antonius in seinem Lager aufgenommen hatte. Die Zusammenstellung der Kommission war etwas verwirrend für das Volk, aber sie hatte auch was für sich. Jeder schien ein Gegengewicht zum Anderen, jeder schnitt den Anderen von Machtbildungen ab. Lepidus war ein solider Kontrolleur, ein offizielles Triumvirat schien besser als ein Geheimes. Man sagte Ja und Amen. Heute fragt man sich natürlich, wozu das alles überhaupt. An einem Datum, an dem gewöhnlich Toilitäten intronisiert werden, am 11.11.43, wahrscheinlich elf Uhr vormittags, wurden Antonius, Lepidus und Octavian vom römischen Volk zu Triumviren berufen. Triumviri rei publicae constituende. Das Datum sollte man sich, wenn noch ein Plätzchen dafür frei ist, merken. Es bedeutet das Ende der Demokratie Roms. Die drei Triumviren waren nichts als Diktatoren und der, der übrig blieb, wurde Kaiser. Es kam, wie Octavian vermutet hatte und wie es ihm sehr lieb war. Antonius riss sofort das Steuer an sich. Welch eine Wandlung nach seiner Niederlage und Verfemung. Er fühlte sich auf dem Gipfel der Macht. Octavian und Lepidus schienen ihm kein Problem. Seiner aufgespeicherten Wut gegen den Senat, der ihn geächtet hatte, machte er Luft, indem er die Namen derer herauszuschreiben begann, denen es an den Kragen gehen sollte. Das Gerücht einer großen Verhaftungswelle versetzte das Volk in Unruhe und den Senat in Schrecken. So war das doch nicht gedacht um Himmels Willen. Dies war der Augenblick, als Octavian Aufstand und Mäßigung verlangte. Er sprach von Sicherheit und Frieden, Milde und Verzeihung und dann ging er hin und nannte Antonius noch ein paar Namen mehr für seine Liste. Zum Schluss standen 300 Senatoren und 2000 Equites darauf. Überstürzt flohen Tausende aus der Stadt, was die Sache für Antonius sehr vereinfachte. Er beschlagnahmte ihren gesamten Besitz, verkaufte ihn und bezahlte damit die Soldaten. Die unblutige Methode befriedigte alle Teile. Was die drei Machthaber sonst noch trieben, war zunächst nicht welterschütternd. Lepidus mühte sich, überhaupt etwas zu begreifen und war schlechtester Laune. Octavian ging spazieren. Antonius inspizierte 18 Städte auf die Möglichkeit, Privatbesitz zu enteignen und die Staatskasse neu aufzufüllen. Die Zeiten schienen wiedergekehrt, wo Rom zum Plündern in die Nachbarschaft ging. Sonst geschah nichts, keine Neuerungen, keine Reformen, kein Schritt vorwärts, kein Schritt rückwärts. Was bedeutete das alles? Die Proskriptionen, die Todesurteile, die Enteignungen, die Entmachtung der Magistrate auch in den Kleinstädten, die verschlossenen Türen der Gerichte, die vielen Soldaten. Was war das, was sich da zusammenbraute? Die Wahrheit, die auch bald sichtbar wurde, war, dass Antonius den Bürgerkrieg kommen sah und sich darauf vorbereitete. Im Osten kochte es. Dorthin, Mazedonien, waren Cassius und Marcus Brutus, Tu Quocque Brute, ausgewandert. Von dort aus verfolgten sie die ihnen gänzlich unverständliche, schimpfliche Entwicklung in Rom und dort beschlossen sie, noch einmal den Kampf gegen Antonius aufzunehmen. Längst verfluchten sie, die Cäsar ermordet zu haben. Jene Zeiten schienen ihnen nun wie die goldenen Jahre Roms. Den römischen Stadthalter von Mazedonien hatten Brutus und Cassius glatt überspielt. Die beiden Cäsarmörder waren schon ein Jahr nach ihrer Verbannung die wahren Befehlshaber der dortigen Legionen. Als Antonius den ersten Versuchsballon startete und zur Ablösung des Stadthalters seinen Bruder nach Mazedonien schickte, erhielt er eine Antwort, die ihm klar machte, dass es mit Brutus und Cassius auf Biegen und Brechen gehen würde. Der Antonius Bruder hatte seinen Fuß kaum an Land gesetzt, da war er schon verhaftet. Die Jahreszeit war zu weit fortgeschritten, als dass Antonius noch etwas hätte unternehmen können. Auch andere Dinge machten ihm Sorgen. Die Flotte, verstreut über Provinzhäfen, hatte noch keine Miene gemacht, das Triumvirat anzuerkennen. Die Admirale im Osten waren sogar offen zu Brutus übergegangen. Auch in Rom selbst stand es nicht gut. Die Soldaten zeigten keine Lust, einen Bruderkrieg zu beginnen. Im Sommer sah die Lawine im Osten so bedrohlich aus, dass Antonius keine Wahl mehr blieb. Durch ungeheure Versprechungen bewog er das Heer, mitzumachen, was er wohl dennoch nicht geschafft hätte, wenn es nicht die Mörder Iris Cäsar gewesen wären, gegen die es losgehen sollte. Auch Gaius Julius Cäsar Octavian sprach zu den Truppen und stellte sich mit Antonius an die Spitze. Die Überfahrt war nicht einfach, aber sie gelang. Viel schwieriger erwies sich die Bevölkerung und am schwierigsten die Versorgung. Das Land betrachtete die Truppen als Räuber und sie wurden es notgedrungen. Die Lage war alles andere als rosig. Aber Antonius lavierte sich genau wie Cäsar vor sechs Jahren ganz gut durch. Im Herbst kam es zur Entscheidung. Sie fiel in zwei aufeinanderfolgenden Schlachten bei Philippi. Die erste Schlacht verlief unentschieden. Antonius war kein Feldherr von Gottes Gnaden, hätte aber vielleicht dennoch gesiegt, wenn Octavian, der einen Flügel befehligte, nicht eine solche militärische Flasche gewesen wäre. Er floh sogar wieder einmal. Auch auf der Gegenseite standen keine Genies. Cassius, dessen Truppe den Antonius auf dem Halse hatte, besaß so wenig Überblick über die Gesamtlage, dass er sich besiegt glaubte und Selbstmord beging. Aber auch Antonius glaubte sich, als Octavian schreckensbleich angerannt kam, geschlagen. Kurzum, es war eine Orgie von Dilettantismus. Brutus, allein geblieben, wusste ebenfalls nicht, was ein Cäsar oder ein Pompejus in solcher Lage getan hätten. Er wartete, bis Antonius noch einmal auf ihn stieß und gab sich, als die Schlacht eine schlimme Wendung nahm, wie Cassius, den Tod. Als genialer Feldherr und unwiderstehlicher Held kehrte Antonius heim. Rom staunte. Wer hätte das gedacht? Schau, schau. Von Octavian war nicht weiter die Rede. Unauffällig und gern verschwand er während des ersten Trubels in seinem bescheidenen Hause an der Stiegengasse der Ringschmiede. In Rom gab es nur noch einen Herrn und Gebieter, Antonius. Er übte die reine Militärdiktatur aus, ohne politische Linie, ohne Weltanschauung, ohne ethische Ziele. So wie man des Morgens die Post aufschlitzt und erledigt, so wurden die anfallenden Fragen entschieden. Die Bürger hatten nur einen einzigen Wunsch, nicht ebenfalls eine anfallende Frage zu werden. Man verkroch sich, hielt den Atem an und betete, Cäsar möge wiederkommen. Jetzt verfluchte man wirklich seinen Mörder, deren Sieg bei Philippi auch keine anderen Zeiten gebracht hätte, eine Ansicht, die die heutigen Historiker erstaunlicherweise teilen. In der Tat, Rom bekam seine dritten Zähne. Dabei war es gleichgültig, ob von den letzten Echten zuerst die Linken oder die Rechten ausfielen, die einen wie die anderen unnütz. Aber wie sollte es weitergehen? Wäre in diesem Augenblick ein Spartakus aufgestanden oder ein Brennus oder ein Vercingetorix, so würde Rom untergegangen sein. Also wie sollte es weitergehen? Nicht wahr, man wird gerade zu unruhig bei dem Gedanken, wie das Schicksal es noch hinkriegen soll, diesen misskreditierten, unqualifizierten Jämmerling Oktavian in Kürze zum Herrn der Welt zu machen. Im Augenblick hätte Antonius ihn mit zwei Fingern zerdrücken können. Dass er es nicht tat, soll daran gelegen haben, dass die Aufgaben des Reiches zu mannigfaltig waren, um von einer einzigen Stelle aus wahrgenommen zu werden. Das ist ja das Allerneueste. Die Konsulen haben es gekonnt, Cäsar konnte es, Augustus später konnte es alle. Nein, der Grund war ein anderer. Er lässt sich aus den Handlungen des Antonius leicht ablesen. Der Herr war der Arbeit müde und wollte jetzt ernten. Er teilte das Imperium in drei Herrschaftsbereiche und nahm sich, typisch, den Orient, fernab von den Geschäften Roms. Der prunkvolle, schläfrige, reiche Orient war das gegebene Bett für einen großherrlichen Pensionär. Dort war, solange man Rom Rom sein ließ, nichts aktuell, nichts brennend, nichts drohend. Dort war man Pascha mit sechs Rossschweifen, ungerechnet seines eigenen. Schön Antonius war erst vierzig Jahre alt. Lepidus erhielt Afrika. Brummig und nichts mehr möglichst rasch, ehe die beiden anderen sich vielleicht eines Schlimmeren besannen und ihm die Regentschaft in Rom aufhalsten. Die blasse Viper Octavian blieb in Italien zurück. Nominell sprach Antonius ihm die Stadthalterschaft in Spanien zu, aber da einer der Triumviren in Rom sein musste, war es notgedrungen Octavian. Antonius sah keine Gefahr darin. Er hinterließ ihm als Kuckuckseier noch die schier unlösbare Aufgabe, 180.000 Veteranen zu versorgen und mit dem Sohn des Pompejus fertig zu werden, der immer noch und ungerührt vom Ende des Brutus und Cassius mit einer demokratisch gesinnten Flotte in Sizilien saß und sich guter Gesundheit erfreute. So glaubte Antonius alles aufs Beste geordnet und begab sich wehenden Mantels in den Orient. Er hatte sich Tarsos ausgesucht, eine hübsche Stadt an der Kleinasiatischen Küste gegenüber Zypern. Eine Generation später wurde dort der Rabbi und Teppichweber Shaul Paulus geboren. Eine der ersten Handlungen, die seine Herrlichkeit Antonius in Tarsos vornahm, war, Kleopatra vor seinem Thron zu zitieren, auf das sich diese ägyptische Null, dieses Nichts vor Römer Augen, wegen ihrer Unterstützung des Cassius verantworte. Das kluge Mädchen ahnte, was wir auch ahnen, dass sie nicht verurteilt, sondern besichtigt werden sollte. Sie zog daher ihr Blauseidenes an und machte sich auf den 800 Kilometer langen Weg. Als Pharaonin, als geliebte Cäsars und Mutter des Cäsarion wusste sie, was sie sich schuldig war. Sie reiste auf dem Reichsprunkschiff mit purpurnen Segeln, pro Quadratmeter 2000 Denare und goldenem Thron. Dem Römer fielen fast die Augen aus dem Kopf. Der Prozess wurde, wie so vieles in der Welt, im Himmelbett von Alexandria entschieden, wo Antonius den Rest seines Lebens als Austragler zuzubringen beschloss. Das eine der beiden Kuckuckseier, die Octavian vorfand, erledigte sich auf einfache Weise. Die Versorgung der Veteranen, zu der er sich gänzlich unfähig zeigte oder vielleicht auch zeigen wollte, nahmen die alten Landsknechte selbst in die Hand, indem sie Höfe und Häuser auf dem Lande einfach requirierten. Es löste viel Ärger aus, auch für ihn. Weiteren unerwarteten Ärger bereiteten ihm Frau Antonius, die Dame Fulvia, sowie der jüngere Bruder des Antonius, die beide in Rom zurückgeblieben waren und auf eigene Faust Politik machten. Fulvia hasste den Cäsar-Jüngling wie die Pest. Erstens war sie die Tochter eines streng sozialistischen Hauses, zweitens war sie die Frau des Antonius, drittens war sie die Witwe des Anarchisten Clodius, den Cäsar gleichgültig hatte untergehen lassen, viertens war ihre Tochter Clodia die erste Frau des Blutjungen Octavian gewesen, und Octavian hatte sie ihr unberührt mit bestem Dank zurückgeschickt. Sie spie Feuer, wenn sie nur den Namen Octavian hörte. Ihre Idee war, Octavian zu Handlungen zu provozieren, die Antonius zwingen mussten, zurückzukehren und offen gegen den Cäsar-Sprössling vorzugehen. Bei diesem lebensgefährlichen Spielchen mit der Viper zeigte sich Fulvia ihrem Schwager weit überlegen, wie der skrupellosere immer der Überlegene ist. Fulvia ging sogar so weit, das Leben des Antonius Bruders als Köder auszuwerfen. Ihre Rechnung ging anfangs tadellos auf, es kam zum offenen Kriegsausbruch zwischen den beiden Männern, nur in einem Punkte verrechnete sie sich. Als Octavian seinen Gegner erwischte, ließ er ihn nicht über die Klinge springen. Immerhin, das alles waren alarmierende Nachrichten für Antonius in Alexandria. Der Bruder gefangen, die Flotte des Sextus Pompejus vor Ostia, die Getreidezufuhr gesperrt, er riss sich von Cleopatra los, bestieg fluchend ein Schiff und brauste ab. Als er mit seinem Kontingent in Brundisium landen wollte, fand er den Hafen versperrt, an Land standen Truppen Octavians mit blanker Waffe. Schöne Überraschung. Noch einmal erwachte Antonius alter Kampfgeist, seine Wut, sein gefürchteter Jähzorn, und er beschloss, mit dem Bengel Octavian ein Ende zu machen. Wenn er auch kein Feldherrn-Genie war, so war er dem Jungen immer noch hoch überlegen. In diesem Augenblick hing Octavians Schicksal an einem seidenen Faden. Der tote Cäsar rettete ihn. Dessen alte Soldaten waren es, die da auf beiden Seiten standen, alte Kameraden, sie hätten sich mit Namen anrufen können. Väter standen hier, Söhne zum ersten Mal revoltierten die Legionen, warfen die Schwerter in die Scheide zurück und verlangten den Frieden. Sie schickten alte Feldwebel zu den Offizieren und alte Offiziere zu den Generälen, und die Generäle, selbst angewidert von den Machtkämpfen, begaben sich zu den beiden Triumviren und Rieten, wobei sie mit einer Handbewegung auf die Sitz streikenden Soldaten wiesen, zu einer Aussprache zwischen Antonius und Octavian. Es war das erste und soviel ich weiß letzte Mal in der Geschichte der Menschheit, dass zwei Armeen für den Frieden streikten. Die Zusammenkunft fand tatsächlich statt und verlief dank der Vermittlung des aufrichtigen, gemütlichen Mäzeners, der seinen Freund Octavian begleitete, verhältnismäßig gut. Octavian selbst war aalglatt und liebenswürdig, Antonius resigniert. An Staatspolitik dachte er längst nicht mehr. Die berühmte Deutung, hier habe der Kosmopolit dem Nationalisten, der Hellenist dem Stadtrömer gegenüber gestanden, ist ein geistreiches, aber frommes Märchen. Antonius wollte seine Ruhe. Er war sogar bereit, den anderen störenfried, den hochverräterischen Pompejus Sohn auf Sizilien und Sardinien anzuerkennen. Er hat es unglaublicherweise bald Das Volk verstand von all dem kein Wort. Es atmete nur auf, dass der Albtruck des Bürgerkriegs von ihm genommen war. Zu früh. Octavian verzieh nicht. Während er Antonius betrachtete, kam ihm zunächst einmal ein ausgezeichneter Gedanke. Der Mann da vor ihm hatte gerade seine Frau verloren. Fulvia war, wie Indro Montanelli so schön schreibt, kurz zuvor vor Wut zerplatzt. Ein Witwer regte stets Octavians Gedanken an. Er war ein leidenschaftlicher Ehevermittler. Zur Stunde allerdings lag nichts ferner, als Antonius zu verheiraten. Und bei dem unerforschlichen Charakter Octavians bedeutete das, dass er im Gegenteil sofort daran ging, ihm eine neue Frau zu besorgen, und zwar, um das Maß unserer Verwirrung vollzumachen, seine Schwester Octavia. Können Sie Mühle spielen? Wissen Sie, was eine Zwickmühle ist? Antonius wusste es nicht. Er heiratete Octavia. Dies alles passierte im Jahre 40. Nun befand der edle junge Mann sich also wieder allein in Rom. Der nächste Schachzug war, Sextus Pompeius fertig zu machen. Das jüngste Stillhalter Abkommen störte Octavian dabei nicht im Geringsten. Im Gegenteil, es gefiel ihm, den Pompeius Sohn ahnungslos zu wissen. Weit schwieriger gestaltete sich die Frage, wie er fertig zu machen sei. Durch Vermittlung seiner Schwester schwatzte er zunächst Antonius einen Teil der Orient Flotte ab und versprach ihm im Austausch dafür drei Legionen, die Antonius nie zu sehen bekam. Dann stachelte er Lepidus auf, was nicht schwer war, denn Sextus und seine Piratenschiffe machten dem Alten in Afrika das Leben ziemlich einsam. Lepidus war Triumvir, darum war seine Stimme wichtig. Ansonsten hielt Octavian ihn bei Gott nicht für einen geeigneten Feldherrn. Nein, als Feldherrn gegen Sextus Pompeius setzte er auf einen ganz anderen Mann, auf einen Freund so alt, so jung wie er selbst, das heißt inzwischen sechsundzwanzig. Sechsundzwanzig, unter Sulla hätte man da Regierungsrat werden können. Octavian hielt seinen Freund schlank weg für ein Militärgenie, so wie der Freund ihn für ein politisches hielt. Der junge Mann hieß Vipsanius Agrippa. Es lohnt sich bei ihm einen Moment zu verweilen. Wir kennen seine Büste, sie steht in den Uffizien in Florenz. Wenn man sie neben das Bild hält, das aller Wahrscheinlichkeit nach dem jungen Octavian am ähnlichsten ist, den Torso im Museum von Arles, dann glaubt man, die Unterschriften seien vertauscht. Agrippas Züge sind die des geborenen Herrschers. Alles, was der Volksmund als geballte Energie deutet, hat er. Das energische Kinn Fugger, Elisabeth I., Friedrich der Große, Briand, Goebbels, Maur, Khrushchev hatten keines. Die kühne Nase, den herben Mund und die scharfen Augen unter geraden Brauen. Er sah so ungemütlich aus, wie Octavian es war, und Octavian sah so gemütlich aus, wie Agrippa es in Wahrheit gewesen ist. Mit keineswegs kühner, aber dafür untrüglicher Nase hatte Octavian die Fähigkeiten seines Kommilitonen frühzeitig gewittert, was eben deshalb so erstaunlich ist, weil er selbst nicht das geringste Urteil im Militärischen besaß. Im Jahre 40 bereits war es der damals 22-jährige Agrippa gewesen, der den Antonius Bruder im Auftrag Octavians besiegt und seinem Freund zu Füßen gelegt hatte. Jetzt stürzte Octavian ihn vertrauensselig in das Abenteuer eines ausgewachsenen Seekrieges. Der piratende Pompejus Sohn war gewiss nicht von Pappe. Ein Jahr später wusste man, wovon Octavian schon immer überzeugt gewesen war, dass nicht von Pappe sein gegen einen Agrippa nicht genügte. In der Seeschlacht von Naulochos bei Messina im Jahre 36 schlug Agrippa den Seekönig vernichtend. Octavian war mit von der Partie, aber leider befiel ihn gerade als der Kampf begann eine solche Müdigkeit, dass er die Schlacht verschlief, dies nebenbei. Das Schicksalsrat begann in Schwung zu kommen. Lepidus beging die Unvorsichtigkeit, sich auch Sizilien in die Tasche stecken zu wollen. Octavian klagte ihn des Amtsmissbrauchs an und hatte keine Schwierigkeiten, ihn kalt zu stellen. Danach zitierte er ihn nach Rom und überließ ihm die Planstelle des Pontifex Maximus, das heißt, er schickte ihn in das Trappistenkloster. Der Senat setzte dem tüchtigen Octavian, dem Besieger des Piraten Sextus, dem Entlarver des gefährlichen Lepidus, dem Befreier von dem Gespenst der Hungersnot eine goldene Statue. Die erste. Octavian dankte mit bewegten Worten, wobei sein Gesicht die bekannte harmlose Herzlichkeit ausdrückte und holte gleich noch ein paar andere Nüsse aus dem Sack, verkündete Staatsschulden, Erlass und Steuerermäßigung und dankte den Göttern, dass das Triumvirat nun bald überflüssig werde und die reine Demokratie wieder anbrechen könne. Ein wunderschöner Augenblick. Aber kein Vergleich zu dem, den er wenig später erlebte, als die Post aus Ephesos dem gegenwärtigen Sitz Antonius eintraf. Herrliche schlechte Nachrichten. Gewiss, die Heirat Antonius Octavia war eine Zwickmühle gewesen, die Antonius in jedem Falle erledigt hätte, selbst im dümmsten Falle nämlich bei glücklicher Ehe als gefesselter, als an die Schürze gebundener. Um wie viel schöner jetzt die katastrophalen Neuigkeiten? Es waren drei. Erstens, Antonius schickte Octavia den Scheidebrief. Die Römer würden es böse aufnehmen, denn Octavia galt als Muster einer edlen Frau. Zweitens, Antonius und Kleopatra hatten sich vermählt. Das würde Rom nie verzeihen. Drittens, Antonius hatte römisches Gebiet an Kleopatra verschenkt und zum ägyptischen Reich geschlagen. Das war Hoch- und Landesverrat, ein furchtbarer Schlag für die Antonius-Anhänger. Es gab noch andere Einzelheiten, weniger politisch als einfach lächerlich. Antonius bezeichnete sich als den zur Erde niedergestiegenen Dionys, und Kleopatra titulierte den zehnjährigen Cäsarion König der Könige. Kein Zweifel, der Wahnsinnige legte es darauf an, sich von Rom zu lösen und ein orientalisches Sultanat zu errichten, mit der Zigeunerin an seiner Seite. Interessant musste sein, was in seinem Privattestament stehen mochte, das er bei den Westalinnen deponiert hatte. Octavian zögerte keinen Augenblick, dieses Dokument in die Hand zu bekommen. Der Pontifex Maximus hatte als einziger Zutritt zu dem Tempel. Pontifex Maximus war Lepidus. Er holte das Testament, Octavian erbrach das Siegel und las wieder jene Landschenkung an Kleopatra, nicht neu, aber nun schriftlich. Und noch ein Satz war brauchbar. Antonius wünschte, falls er in Rom sterben sollte, nach Alexandria überführt zu werden. Als Octavian mit den Dokumenten in der Hand die Redner-Tribüne bestieg, war Antonius bereits so gut wie tot. Volksversammlung und Senat setzten ihn als Triumviren ab und brandmarkten ihn als Verräter. Vor der letzten Konsequenz, Hand an ihn zu legen, zuckte man noch zurück. Der ganze Hass entglut sich gegen Kleopatra. Rom erklärte ihr den Krieg und machte mobil. Kleopatra und Antonius waren eins, ihr Schicksal nicht mehr zu trennen. Die Königin hatte den stärksten Mann des Imperiums an sich fesseln wollen und glaubte ihn in Antonius an sich gefesselt zu haben. Die sonst so kluge Frau merkte nicht, dass sie im Kreise dachte, gerade dadurch, dass ein Mann ihr verfiel, bewies er, dass er nicht der stärkste war. Nach einem langen zähen Krieg fiel im Herbst 31 die Entscheidung in der Seeschlacht von Aktium. Suchen Sie es nicht im Osten, es liegt gegenüber der Insel Leukos an der Westküste Griechenlands, also vor den Toren Italiens. Wieder war es Agrippa, der sie gewann. Zulande fielen ihm 19 Legionen der Orient-Armee in die Hände. Kleopatra und Antonius war der Ausbruch aus der Umklammerung gelungen. Sie flohen auf zwei Schiffen, wohl versehen mit den Sakramenten der Kriegskasse, Ziel Ägypten. Ihre Galgenfrist dauerte nur einen Winter lang. Im Frühling setzte Octavian nach Alexandria über. Antonius gab noch nicht auf und formierte das ägyptische Heer, ahnungslos das Kleopatra ihn bereits verriet. Sie hob hinter seinem Rücken alle Befehle auf und sandte Octavian zum Zeichen ihres aktuellen Gesinnungswechsels heimlich den Marschallstab und Stirnreif ihres Dionys. Im August dreißig zog Octavian in die Residenz am Nil ein. Antonius beging Selbstmord. Es kam der spannende Augenblick, als Kleopatra dem Sieger, dem dritten ihrer langen Laufbahn, begegnete. Noch einmal setzte sie auf die Karte, die so oft gestochen hatte, auf sich selbst. Wir kennen ihr Bild aus mehreren Münzen und, klar und deutlich, von dem Kalksteinkopf des Britischen Museums in London. Das heißt, hoffen wir für sie, dass nicht die Münze, sondern die Büste ihr ähnelt. Auf der Münze hat sie die Reize eines wetterfesten Beduinenscheichs. In London aber sieht sie, obwohl die Grundzüge die gleichen sind, sehr interessant aus. Aber eben nur interessant. Wenn man irgendwann von kühnen Zügen sprechen kann, dann hier. Antonius muss ein sehr unerschrockener Mann gewesen sein, sich in ihre Arme zu kuscheln. Ich persönlich zum Beispiel leide nicht unter Albdrücken, aber ich fordere es auch nicht heraus. Das Gesicht der ältlich gewordenen Kleopatra strahlt nicht einen Hauch von Wärme aus, wobei wir allerdings ihre Augen nicht beurteilen können. Nicht einen Hauch von, bedienen wir uns einmal des dumm klingenden Wortes Verheißung. Jede Linie zeigt herrische Ich-Bezogenheit, die sich an kein zweites Wesen verliert. Wenn sie wirklich so sinnlich war, wie man erzählt, so muss es eine physische Seite gewesen sein, an der ihre psychische keinen Anteil hatte. Über dies kann man Leidenschaft heucheln. Vielleicht waren es die nicht nur rauschenden, sondern auch berauschenden Feste mit Alkohol und orientalischen Drogen, die ihren störenden, harten Intellekt ausschalteten, wobei sie dann zu einem willenlosen Objekt geworden sein kann. Am ehesten ist Cäsar zu verstehen. Zu seiner Zeit war Kleopatra 20, Jugend umstrahlte sie noch, ihr Geist war noch frühreif, abenteuerlich, schulmädchenhaft, verschroben, mit einem Wort für Cäsar eine Fundgrube des Amüsements, eine Quelle der Heiterkeit angesichts der Vorstellung eine Königin, ein kleines Ars, ein todgefährliches, ein bisschen verrücktes Gewächs vor sich zu haben, das machtlos in seinen Händen zappelte. Was er da pflückte, hat sicher Reiz gehabt. Inzwischen war sie fast vierzig Jahre alt geworden, ihr Körper ganz gewiss nicht mehr unverändert, sie hatte mehrmals geboren, ihre Wangen nicht mehr voll, ihre Nase hakelte gewaltig in die Welt, ihre Lippen waren nicht mehr zwei spielende Fohlen, sondern ein Gespann in den Sielen ihrer harten Gedanken. Als sie Oktavian entgegentrat, irrte sie sich vor allem in einem Punkte. Um ihre stärkste Waffe, damals wahrscheinlich sogar die einzige Waffe, nämlich ihren faszinierenden Verstand und Esprit auszuspielen, hätte sie Zeit haben müssen. Sie war in demselben Irrtum befangen, in dem auch so viele Deutsche 1945 waren, wenn sie beim Einmarsch der Russen oder Amerikaner hofften, dann erkläre ich und beweise ich denen, dass ich sie kamen gar nicht dazu, ehe sie den Mund aufgemacht hatten, saßen sie schon im Jeep. So ist das bei Siegers. Auch ehe Kleopatra den Mund aufmachen konnte, war die Audienz schon beendet. Von Charme und Geist hatte Oktavian nichts bemerkt. Er hatte sich gerade so viel Zeit genommen, ihr zu sagen, dass er sie nach Rom bringen und in seinem Triumphzug mitlaufen lassen würde, möglicherweise eine Lüge, um sie zum Selbstmord zu treiben, denn es ist eigentlich nicht zu glauben, dass er die einstige Geliebte des Cäsar so tief hätte sinken lassen dürfen. Die Lüge saß. Kleopatra ließ sich in das Zimmer, in dem sie eingeschlossen wurde, in einem Obstkörbchen eine Giftschlange schmuggeln und sich von ihrem Biss töten. Diese Version ist gelegentlich bestritten worden, aber alles, auch die Tradition, spricht dafür, denn nach dem ägyptischen Glauben verwandelte sich Kleopatra durch den Biss der heiligen Schlange im Tode schnurstracks in eine Göttin. Diese Metamorphose enthob Oktavian vieler Mühen. Mit bekannter Präzision entledigte er sich dann gleich der noch anfallenden kleineren Aufgaben, den Fulvia-Sohn des Antonius, der vor ihm auf den Knien um sein Leben flehte, ließ er erstechen, den König der Könige Cäsarion auf der Flucht erschlagen. Die drei Bastarde der Kleopatra mit Antonius jedoch ließ er als schmutzige Wäsche seines Feindes und ewiges Menethekel am Leben und schenkte ihnen eine Pension, auf das es ihnen wohl ergehe und sie lange sichtbar blieben auf Erden. Ägypten, nun nominell Provinz, wurde in Wahrheit das, wofür Antonius hatte sterben müssen, private Domäne Octavians. Nachdem er so den Osten auf das Glücklichste geordnet hatte, kehrte er gestohlenes Geld, Gold, Silber, Edelsteine und Geschenke um sich werfend nach Rom zurück. Er brachte Eintracht, Ruhe und Frieden heim. Am 11. Januar 29 erlebten die Römer das denkwürdige Ereignis, das der Senat zum ersten Mal seit 200 Jahren das sogenannte Kriegstor des Janus feierlich schließen ließ. Octavian war jetzt 33 Jahre alt, das Reich lag ihm zu Füßen. Er stand mit seinem drei wollenen Leibchen da und lächelte herzlich wie immer mit seinen schadhaften Zähnen, als wollte er sagen, na, war es nun so schwer gewesen.